Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, ähm, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow, wow, okay. Sag uns, und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach, komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest du ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht, sah aus wie verwest. Sah aus wie ne Leiche. Wie ne wandelnde Leiche, Mann. Weg nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib da drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab die Zähne. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Ach, ich sollte mal schlafen. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Was soll ich tun? Was mach ich denn nur? Nein, nein, nein. Niemand da? Und wir übernehmen die Steuerung in einem super neuen Spiel auf dem Kanal bei Benni und Steve. Grüßt euch alle miteinander, willkommen bei Resident Evil 2, dem Remake. Wie wir gerade schon im Intro gesehen haben, wir spielen Leon. Wir sind hier an einer Tankstelle angekommen und da muss man jetzt nicht ein super toller Detective sein, um zu sehen. Hier ist schon wieder die Scheiße durch den Ventilator geflogen. Wir spielen das Remake eines Mega-Klassikers. Ich habe es auf der Playstation 1 echt geliebt. Wir sind Leon, wir sind ein absoluter Rookie. Wir sind noch nicht der krasse Super Agent, der in den späteren Teilen für Furore sorgt, sondern wir können noch gar nichts irgendwie. Wir sind halt einfach ein Rekrut, nichts irgendwie und müssen, also halt frisch von der Schule und müssen jetzt in Raccoon City, der beschissensten Stadt, wo man als Polizist anfangen kann, unseren Dienst beginnen. Ja, und da tun wir jetzt mal. Ich würde nur sagen, wir gehen jetzt hier mal rein. Wir haben auch keine Waffe, kein nichts irgendwie. Aber es sieht auch schon wieder echt... Also es sieht geil aus. Da haben sie wirklich... Also die Remakes sind wirklich mega. Ah, schön. Kleine Weinverkostung heute. Im Mitsui Gas Station. Hallo? Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht. Jeder weiß, dass die Kosmetiker nicht hier vorne sind, sondern immer nur die Süßigkeiten. Okay, krass. Das... Hier wird irgendwie... Ist das ein Zombie oder sind wir hier? Vielleicht holen wir uns erstmal ein paar... Ein paar Schningels. Oder? Das ist doch... Geil. Ah, das sieht schon mega aus. Okay, die Geräusche kommen irgendwie von hier. Können wir nicht durch. Oh. Oh, krass. Oh, krass. Okay, alles klar. Das ist der... Das ist der Mitarbeiter hier, ne? Aus der Tanke. Ah, das sieht krass aus. Oh. 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 Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh. Was zur Hölle? Oh, krass, krass. Also... Was ich erfahren habe, ist, dass man, und das werfen wir mal kurz mal, wir gehen mal kurz ins Menü und man kann die Musik umstellen und zwar vom Remake aufs Original. Und wir haben es jetzt schon im Original und ich würde sie wirklich, ich würde das ganze Spiel gerne mit dem Original Soundtrack laufen lassen, weil der halt einfach, er ist halt absolut fantastisch, nostalgisch und ich freue mich schon richtig drauf. Irgendwie schon allein dieses Polizeirevier, oh Spoiler, wir betreten nachher ein relativ zeitnah ein Polizeirevier und die Musik, die denn da klingt, die ist einfach, die ist, ach, ich kriege schon gleich wieder Gänsehaut, ich kriege schon gleich wieder Gänsehaut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Original Soundtrack, also nicht der Original, sondern der Remake Soundtrack, bestimmt auch mega geil sein wird. Und ja, vielleicht, ihr könnt es mal unten in die Kommentare reinschreiben und wenn es euch gefällt, kann man das Spiel ja noch in einem anderen Story, in einer Storyline durchspielen und zwar mit Claire Redfield. Und ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare schreiben, wenn Benni quasi die Storyline von Claire spielen soll. Na, dann hätten wir quasi mal so ein Dual-Let's-Play hier. Hey, was soll denn das? Und ihr erfahrt beide Storylines. So, Tür ist zu. Okay. Dann schauen wir doch mal. Hier, können wir hier noch in die Spinte gucken? Nee. Mal ein Gläschen Ohrsaft hier. Nice, super show. Joa, hier ist viel mit Strip. So. Hallo. Achso. Hab ich jetzt den Schlüssel nicht mitgenommen? Ich bin in der Nase. Ja, da hinten hängt er. Da bin ich nicht eingepackt. So, Leute, die schon vielleicht das ein oder andere Let's-Play von mir gesehen haben, werden wissen, ich bin... Boah, 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 lebt wieder? Okay. Ja, nee, da bin ich ja nicht. Okay. Benutzen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Oh. Oh. Alter, Alter. Alter, Alter. alles gut ja denke schon danke dank mir später wenn wir sicher sind sie sehen so krass aus die zombies was heute geht hier vor keine ahnung hoffentlich haben die mehr infos auf der polizeistation ja leon kennedy und du bist claire claire redfield wohnst du hier nein ich suche mein bruder ist auch kopf gut dass wir uns getroffen haben ich weiß nicht was noch auf uns zukommt welcome to recon city home of umbrella Musik Musik An alle Einwohner Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs Wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen Lebens- und Arzneimittel in einbedürftigen Kosten frei zur Verzübung gestellt Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein Die Polizeistation ist nicht mehr weit Die werden mehr wissen Ja, aber Was, wenn wir die einzigen sind? Wenn es keine Überlebnisse gibt Nein, die Stadt ist groß Dann muss es doch welche geben Wir müssen wohl zu Fuß gehen Wollt eher rennen Ja, gute Idee Ach du Schande Leon, fahr rückwärts Was, sie? Halt, scheiße Claire, steck aus Steck aus, jetzt! Ich kann nichts Festhalten! Festhalten! Ich kann nichts Ich kann nichts Claire! Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treff dich bei der Station. Ich komm hin! Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich würde jetzt hier wirklich ja noch mal ein paar Ecken absuchen, aber ich habe keine Zeit zum Suchen hier irgendwie. Hier ist mal das Polen offen. Raccoon City ist schon wieder komplett am Arsch. Scheiße. Ich finde doch cool, dass Leon halt hier jetzt nicht in seiner Polizeimontur in dieser Kampfausrüstung startet, sondern halt in Zivilklamotten. Ja, egal. Ja, da ist sie. Ich bin wirklich immer versucht, so an den Polizeiautos zu gucken, irgendwie ob die eine Shotgun drin haben, ne? Ich hoffe, hier sind jetzt nicht irgendwelche Schichten versteckt oder irgend so was, was man hätte jetzt mitnehmen können. So, die mag ich nun gleich am Anfang. Äh, ja, okay, okay, okay. Okay. Ja, das wäre mir nicht böse, aber an den ollen Riegel kommst du schnell ran. Kumpel. Mach doch hier noch ein Stückchen rein, oder? Oh, warte. So. Ach, ehrfürchtig, ehrfürchtig. Da ist schon so ein bisschen so was Zeitreiseähnliches an sich. So, was haben wir denn hier? Ich hab sieben Schuss. Hab ich denn ein Inventar? Schade, ein Messer wär ja mal geil. Können wir uns hier... Naja. Vielleicht können wir uns hier durchhacken. Leider wies ich jetzt irgendwie vom reinen Ablauf des Spiels von damals jetzt nicht mehr so viel. Es gibt nur so ein, zwei Sachen und die ich mich ja... Und die Musik? Oh. Geil. Hallo? Ist irgendjemand hier? So. Schön. Erste Hilfe-Spray? Sagt man natürlich mal ein. Aber da... Oh. Pistolen-Munition. Sechs Stück. Mauerkiste. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David. Maren. Seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht ihr drin? Sollte den Typ suchen. Sollte den Typ suchen. Ja. Vielleicht. Karte M. Ah. Nein. 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 Das... Das ist wirklich ein geiles Feature, ne? Und wie das halt einfach mal... Ähm. Ähm. Objects hier mit angezeigt werden auf der Karte. Ne? Selbst wenn man sie jetzt nicht eingesammelt hat. Ähm. Geiles Feature. Irgendwie. Wie oft lasse ich unten Mist liegen. Ähm. So. Äh. Hier. Raum der Wache. Da müssen wir hin. Das heißt... Ich gehe hier durch. Kommen wir hier durch. Keep out. Okay. Oh. Okay. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Nee. Kriech da nicht durch. Geh da nicht hin, Mann. Oh ne. Okay. Und. Mal kurz gucken. Ja. Klamotten sauber. Ist wohl... Effekt für die Game. Game Sünden. Bing. So. Was war denn da? Okay. Hier fehlt uns wohl ne Sicherung. Da ist uns wohl ne Sicherung durchgebrannt. Oh. Kann man hier hin? Zu. What? Was? Ah. Guck mal. Hier haben sie alle zu Fluchtige von in... Oder die sucht, die Funden haben sie ja so anscheinend nicht irgendwie, aber... Scheiß. Du schaffst das. Kann ich hier hin. Wie viel fest ist die eigentlich? Zwölf Schuss. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ach, das... Der Raum für Pressekonferenzen? Na, da haben wir nochmal... Kurz abgeführt zum Schluss, würde ich sagen. Oh, schön. Komm hier. Ah, okay, alles klar. Man kann die quasi durchkombiniert, kann man die so ein bisschen stacken. Bürger ums... Katago... ...muss fallen. Sorry. Äh... Ja, okay. Gut. Kann man jetzt ansonsten irgendwas finden denn? Einfach mal einen Blick in die Karte? Nö. Schade. Ja... Da hat sich das Fick des Programmer Zeit gemacht. Willkommen beim Umzug zu unternehmen. Ich muss irgendwo ganz mächtig mal einen Warra anrufen, glaube ich. So ein Kicker. Hört sich auch so an. Na klar. Beide Frauen wieder. Ist ja klar. Haben wir ein Spiegelbild? Nö. Ist irgendwie so ein kleiner Spin von mir geworden, irgendwie in Horrorspielen zu gucken, ob wir ein Spiegelbild haben. Bis jetzt... Ach mein Gott. Ach mein Gott. Okay. Das ist... Ein Duftspiel. Ein Raumspiel. Ein WC-Spray. Pin hier dann. Hm. Aber, hey. Ist... Ist wenigstens sauberes Wasser. Aber sag mal, die Grafik, die sieht doch wohl... Absolut ultra edel aus, oder? Alter. Was ist denn mit euch passieren? Die sind ein Machtworn. Oh Gott. Ah, die Kette. Okay. Da werden wir wohl... Eine Bolzenschneidele brauchen. Aufmachen! Schnell! Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Ja, 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 ja. Äh. So. Ah, okay. Ah. Ich hol sie raus! Komm, nimm die Ballet! Hilfe! Bitte! Geben sie mir die Hand von! Ich hab's! Ich hab's! Jetzt die andere Hand! Ach, Scheiße! Oh, ne! Du Scheiße! Oh! Oh! Oh, die arme Sau! Oh! 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 Buch eines Polizisten! Okay, ein Traum. Göttliche Statue, drei Melancholons. Backen. Was ist das? Oh, ne! Oh, ne! Oh, ja! Oh, ne! Oh, da! Oh! Oh, ne! Oh, no! De, oh! Oh, ne! Oh! Oh! Na, oh! überlege, was die damals für ein Terz mit der Zensierung der Spiele gemacht haben. Ja, da war grüne Pixelblut, damit das ja nicht rote Blut war bei den Zombies. Und, äh, äh. Nicht, dass sie mir die Zeit zurück wünschen, aber das ist schon, das ist schon krass. Irgendwie, das ist schon wirklich... Wääh, 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 wääh. Heute ist keine Sprechstunde für dich, mein Freund. Kommen Sie bitte ins Land wieder. So. So, stehen die jetzt alle auf, aber... Ah. Wo denn? Wie denn? Ach, scheiße. Nee. Ach, du scheiße. Geh weg! Wo ist das? Geh weg! Verstanden! Woju! Marvin! Du bist sicher! Es ist Marvin! Es ist Marvin! Ja, Marvin! Ja, Marvin! Da war noch ein Officer. Ich konnte... Ich konnte nicht... Hände waschen, Freundchen. Hm. 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 Was du konnte... ...weiß... ...was du konntest, Leon. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, erliert. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Alle, voll glücklich. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut. Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ein Kampfmesser. Oh, wird zerbricht, wenn der Balken leer ist. Ah, ha, 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 ha. Okay, bereit. Gut, 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 gut. Packen wir mal hier hin. Ey, war krass, wie die das schaffen. Also die Animationen, die sehen so ultra-deluxe aus. Und wie, wenn ich mir, also krass, wie die das schaffen, diese Emotionen so reinzupacken. Ja? Glaubwürdig. Wenn ich mir überlege, wie das damals aussah. Damals war Marvin, deswegen kann ich Marvin gerade so gefeiert, war in dem ursprünglichen Spiel, weil er halt einfach aussah von seiner Textur her und vom Texturmapping. Haben ihn alle Will Smith genannt. Ne? Weil er halt aussah wie Will Smith. Irgendwie Frisur so ähnlich wie der Prinz von der her. So, und, und, also er macht ja schon einen deutlichen Unterschied. Aber guckt euch das an. Das ist, also das... Mann, was heute so geht, ey. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, hier haben wir die Statue, haben wir hier. Matilda. So, Morf. Denn, ich guck mich mal hier kurz ein bisschen rum. So, hier kommen wir nur mit Special, Special Key. Nein. Oh, was haben wir denn hier? Align. Oh, ah, mo 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 mo. So, ne, so weit, ich will mich nicht machen. Klassisch, ne? Grün und seh zu, gelb, je zu, rot. Wir sind demnächst am Arsch. So, Notizbuch des Polizisten. Und das schauen wir mal, hier haben wir doch... Der Löwe. Okay, was ist das? Löwe ihre... Truthahn. Das ist geil, aber der Mächste geil, Mann. So, was haben wir denn? Löwe. Ehre. Da ist der Vogel. Da ist der Vogel. Besteht hier. Yeah. Löwenmittag. Super cool. Nehmen wir. Ja, und wie ich schon wieder sehe, da haben wir ziemlich einen Platzmangel. Sehr schnell wieder. So, ich guck mal kurz, ob man hier oben noch irgendwas findet. Oh, was haben wir hier noch? Nicht nur. Ach, du Scheiße. Okay, geh mal rein. Jawohl, Blumentöppchen. Grünes Card. Gut. Das nehmen wir natürlich ohne mit und sind. Voll. Okay. Und hier vorne können wir auch nicht weiter. Boah, wir brauchen auch einen Schlüssel für. Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen-Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Ah, das ist natürlich cool. Zahlreiche Merkmale, wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Gürtinnen-Statue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblocks von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mithilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für seine Buntglasfenster bekannt. Das Besuchhaus aller Welt anzieht. Ja, das war es ja. Polizeirevier und Waisenhaus. Wow. Das ist doch mal ein Guide. Laufen Sie alles ab. So, was haben wir hier? Und wir kennen die Kombination nicht. Das ist schlecht. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Mal kurz einen Blick auf die Karte. Nein. Aber hier sehen wir zum Beispiel, das ist natürlich ziemlich cool, das Shabbat-Di, Shabbat-Du. Hier sehen wir auch bei den Türen welche Schlüsse wir brauchen. Das ist schon cool. Das ist geil. So, hier wieder noch eine schöne Arla. Okay. Denn erst mal leider haben wir hier noch ein bisschen in der Ecke zu liegen. Was wir noch mitnehmen können. Nee. Können wir hier drüben drücken oder nicht? Ich weiß jetzt auch gar nicht, müssen wir das erst entdecken, damit es auf der Karte aufploppt irgendwie? Oder könnte man jetzt einfach sagen, so wie drüben liegt nichts? So. Ah, okay. Alles klar. Tür. Ah, wo kommen denn beide? So. Ah, hier vorne haben wir zum Beispiel Patronen. So, jetzt wirklich mal gucken. Alles klar. Also die Sachen ploppen erst wirklich auf auf der Karte, sobald wir sie halt wirklich gesehen haben. Und, ähm, ja. Also wir können jetzt nicht einfach irgendwie in einen großen Raum reingehen, mal kurz auf die Karte gucken und, oh, cool, das und das und das gibt's. Schade. So, okay, das Löwenmedaillon können wir doch eigentlich gleich mal in die Statue machen, oder? Also was kann ich los? Wupp, wupp. Also hatte Elliot recht. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Hm. Crazy. So, hier. Hm. Hm. Okay. Okay. Hier vorne war ja die Kiste Deluxe-Waffe hinzugefügt. Jawohl, die Savo-Rai-Edge. 9mm-Pastole mit 15 Schuss basierend auf einem Entwurf von Albert Wesker persönlich für robuste Leistung modifiziert. Geil. Aber ich würde sie erstmal nicht mitnehmen. Ich würde mal mit der Originalwaffe erstmal weiterkämpfen wollen. Und hier sehe ich, an diesem roten Häkchen glaube ich, dass wir es nicht mehr brauchen. So, ich... Das WC-Spray werden wir auch erstmal hier lassen. So. Dann gehen wir mal hier vorne rein. Gibt es hier noch irgendwo was? Außer, kann man hier Feldbetten? Eine riesengrüne Pflanze. Ich nehme mal mit. Ah, okay. Alles klar. Grüner Topf. Pistolenmunitionen. Die packen wir natürlich auch ein. Was ist das hier? Holzbrett. Einmal. Ja, wirklich. Wird sammeln jetzt Holzbretter ein, oder? Robuste Bretter, mit denen man Fenster vernageln kann. Oh, okay. Perfekt. Um ungebiegene Wäsche auszusperren. Ja, nice. Okay. So, und was ich ja natürlich immer liebend Jahre mache bei Resident Evil als allererstes. Ich kombiniere grüne Kraut mit grüne Kraut. Und ihr könnt wetten, über die Hälfte von euch haben gerade gleiche Gedachtwege. Schämt euch. Okay, also das packe ich mal jetzt aber erstmal aus. Ist der Brett mit drin? Ich nehme das mal mit. So, Leute, die das Originalspiel von damals noch kennen, wissen, was passiert, sobald wir hier um diese Kurve rumgehen. Mal schauen, ob es passiert. Okay, haben sie nicht gemacht. Im Original ist nämlich was am Fenster langgeklettert. Nennen wir es mal so. Und, äh, ja, war auf jeden Fall ein krasser Auftakt für einen sehr krassen Gegnertypen. Oh, Mann, 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 Mann. Ah, die Atmosphäre ist echt geil in dem Game. Ja, die Atmosphäre ist echt geil in dem Game. Hallo. Hallo. Oh, 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 krass. So, Mann, überlege sich bitte, was so eine Wunde schlägt. Außerdem fass ich ihn noch nicht an, ey. Der kann sich auf jeder Zeit verwandeln. So, und hier kann ich jetzt... Ich kann jetzt Brett vernageln, oder was? Okay, vorne brauchen wir auch... ...eine Schlösser. Marvin. Oh, I. Ich möchte mich kurz anerkennen. Marvin ist Officer of the Month. Ja, Mitarbeiter des Officers des Monats. Ich freue mich. Ich freue mich. mit uns umschauen. Okay, da könnte ich jetzt hier alle zunageln. Wah. Wah. Na, Häusken? Weiß. Na, okay. Sie kommt rein. So, aber manchmal ist es besser abzuhauen. Statt sich mit Kämpfen irgendwie mit Zombies irgendwie... Okay. Einzulassen. Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September. Zusatz. Eine der Zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei ein paar Beamten getötet und drei weitere verletzt. Die Täter wurden schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund der enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation eingegreifen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflüge der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben zwölf Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford. Ah, das ist, ich finde das immer krass, wenn man so diese, eine Kette. Eine Kette. Ah, scheiße. Da liegen noch Patronen. Oh, sieht die fies aus. Guckt euch die mal an, ey. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn du da bist, selbst mit so einer kleinen Schnutzelknifftelein. Also, mir würde richtig der Stift gehen. Und dann würde ich das mal daneben schießen? Okay. Drei Kugeln. Mal gucken, wie viel wir finden. Ah, sieben. Okay, gut. Ja, hätte ich die mal vorher mitgenommen. Naja. Hinterher wäre ich erstmal nochmal schlauer. Oh, warte mal hier. Karte der Polizeistation. Neins! Die nehmen wir mit. So. Nein. So, was ist hier? Oh, das ist alles so krass. Oh, der klingt wirklich sehr, sehr... Der klingt krass. Wahnsinn. Hello. Oh, was ist denn hier? Schön. Die nehmen wir mit. Da können wir ja nichts. Okay. Na ja, versuchen wir den mal hier vorne mit einem schönen, gezielten Schuss auszuschalten. Na, ein Schuss. Jetzt wollen wir ja die ganzen Sackgassen hier irgendwie absuchen. So, okay. Gehen wir hier rein. Sicherheitsdepot. Schließfach-Terminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfach-Terminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du dreckst, Karl. Wer sonst würde solcher Mist bauen? Ersatztasten. Ersatztasten. So, man stellt sich vor, bei einem städtischen Unternehmen wie der Polizei. Also Unternehmen, ne? Bei einer Behörde. Wie der Polizei. Kommt doch keiner an und sagt so, tippt rum den ganzen Tag und sagt, ach, so ein Käse, mein Kahl klemmt vom Keyword. Ich geh mal ins Depot und hol mir eine Ersatztaste. Eine Ersatztaste! Nein! Okay. Kann man machen. Kann man machen. So, okay. So, okay. Alles klar. Also hier können wir über den Code hier vorne. Aber uns fehlt die 2 und die 3. Wahrscheinlich diese Spinte öffnen. Dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Die 106 haben wir. Die können wir öffnen. Die 109. Was haben wir hier vorne? Oh! Hallo, hallo! Aber ich glaube, hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Das haben wir einen Schaden. Die haben wir. Halt. Tut mir leid. Ausgabe nur montags zwischen 9 und 10 Uhr. Und wo können wir die Tue zumachen? Gut, ja, ja, nochmal die Tue zumachen. Der Dicke ist aufgestanden, wa? So, was haben wir gesagt? Wir haben die 100... 106. Nice. Und die 109. Glaub ich, kann. 109, warte, 109. Ja. Wunderbar! Nehmen wir da mal hin. So, was haben wir hier? Ein Film. Okay. Cool. Nehmen wir. Und was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Pistolenmunition. Was haben wir eigentlich auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite haben wir die 200er-Zahlen. Ja. Da kommen wir natürlich an keine ran, ne? Äh, was haben wir denn hier? Ach, schön. So eine Tasche. So eine Tasche. Taschen sind ja der absolut neuste Trends im Resident Evil-Universum. Wir haben vorher Resident Evil 3, das Remake gespielt, welches relativ zeitgleich, irgendwie so einen ganz leichten, stündlichen Zeitversatz zu Resident Evil 2 spielt. Und, äh, anstatt non-stop irgendwelche krassen Waffen zu bekommen, hat man non-stop Gürteltaschen bekommen. So wie. Versteht mich nicht falsch. Ich will mich nicht beschweren. Irgendwie. Ich war froh, wenn man mehr nehmen konnte. Aber irgendwie, äh, dachte man so, das ist so, das wird nur eben... What? Oh, was? Wo denn? Wo denn? Wie denn? Wer denn? Okay, gut. Hier knall ich jetzt jemanden. So, komm. Ja, cool. Geil. Neu. Ach Gott, Alter. Alter, warst du schon kaum... Da ist doch schon nichts mehr da, Alter. So, was haben wir hier? Hallo? Schießpudel. Die Schießpulvernutzung. Ja, Pistolenmunition, zweimal Schießpulver, Flintenmunition, Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver, in Klammern gelb. Mac-Munition, zweimal hochwertiges Schießpulver, in Klammern gelb. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Yeah! Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munitionen. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Alles klar. So. So, hier, wenn ich spiele. Ah, diese Mut, Mut, Jojo. Es ist, äh, eigentlich, es ist total geil, weil wir halt, wie gesagt, wir haben Resident Evil gespielt, Teil 3. Teil 3? Teil 3? Äh, äh, im Remake. Und wir waren ebenfalls an der Polizeistation mit Carlos, ja, einem Charakter aus dem Spiel. Und, ähm, ich bin gespannt, weil wir haben einen Safe geöffnet. Und der ist noch zu. Und man könnte ihn öffnen. Und es ist noch nicht in Lager her und ich weiß sogar noch die Kombination. Ich würde sie mal ausprobieren wollen. Und zwar ist das 9, 15, 7 gewesen. Mal gucken, ob es die gleiche ist. Eigentlich müsste sie. Jawohl. Jawohl. Ah! Ah, Gürteltasche. Jawohl. Sehr schön. Alles klar. Yippie-Kai. Gürteltasche Nummer 1 gefunden. So, ach Gott. Einsatzbericht. 28. Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch Zombie-verseucht ist. Aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Atwater. Ja. Mh. Ja. Schön Kippchen hier. Schön, schön, schön. Willkommen, Leon. Yeah. Ja. Drüht. Erster Einsatz des Einfingers. Leon ist Kennedy. Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Nehmen Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlüssel. Ein pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, ja. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Gott eine direkte Antwort herauszuhören. So, ein Lieutenant Brannock. Brannock? Brannock. Brannock? Brannock. Ja, okay. Alles klar. Gut, hier sind dann also die Schlösser. Naja. Okay, hier sind hier so eine Drei-Zahlen-Schiebeschlösser. Marvin. Marv, Marv. Rita. Also M. R. Who are you? Baaah. Baaah. Was zum? Warte, muss ich jetzt auf den seinen Amschel kicken? Das wäre ja krass. Wer bist du? Das ist hier für eine komische Klick. Was ist denn das? Wackel-Dackel? Wackelkopf? Ja, kann ich nicht die Arme. Okay, gut. George. George. Okay, also von welcher Richtung? Von der hier oder von der anderen? Ansonsten? Silenzio-Main-Foint. Entspann dich. Also G, R, M. Also doch andersrum. Okay, verstehe. M. R, G. Schloss Nummer 1 ist offen. So, hier haben wir David. Elliot. Und ein Haie. Okay. Also, also. Den. Den. Oder nett. Yippie. Oh, ich sehe es. Ein erweitertes Magazin für die Matilda. Cool. Awesome. Und unser Armschild. Wie schön. So, warte mal. Schauen wir nochmal. Schakalaka. So, wie viel können wir denn jetzt? 24 Schuss. Krass. 24 Schuss. Nice. Geil. Nicht gut. Ähm. Ich gucke mal nochmal. Haben wir was übersehen? Haben wir was übersehen? Ich glaube erstmal nicht, ne? Oder? Wie gesagt. Seht es mir ein bisschen nach, wenn ich was übersehe. Äh. Als Co-Pilots. Äh. Oder als Beifahrer. Ist es immer ein bisschen einfacher, was zu sehen. Ähm. Ich bin halt drin in der Atmosphäre. Ich bin komplett gepackt und geflasht. Und äh. Ja. Wie gesagt. Seht es mir nach, wenn ich mal hier irgendwie. Weiß. Gesundheit. Wenn ich hier mal so einen Topf übersehe. Ich habe diesen Schlüssel nirrt. Ich bin müde. Ich bin müde. Nach die Nacht. Ich bin müde. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal raus. Und gehen wir mal nach hier hinten. Und sollte ich mich nicht ganz übernehmen. Ist hier ein Safe Room. Ein Crowd. Und hier haben wir nochmal. Ein Brett. Ahaha. Oh. Das ist nicht gut. Das ist immer schubt. Das ist nicht gut. Wir sehen nämlich, dass auch damals schon halt einfach dieser Song echt geil war, weil, ich sag mal so, das Spiel war damals schon echt wirklich so nervenaufreibend. Resident Evil 1 und so, klar, ist jetzt nicht der Begründer des Genres, ist aber halt einer der ganz großen Meilensteine. Und da gab es halt noch nicht so Spiele wie Outlast oder so, die dich halt wirklich mental auseinandernehmen. Und da war schon Resident Evil, war schon so, die, 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 neben Silent Hill so die, die Spitze irgendwo, die, die Speerspitze des Horrors. Und wenn du in einen Safe Room gekommen bist und diese Musik lief, du hast dich wirklich dann erstmal entspannt. Du hast, oh Gott, oh Gott, keine mehr, keine mehr. Äh, so ging es mir auf jeden Fall. So, okay. Heilwirkung von Kräutern Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir drei dieser in den Ackleybergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter. Eine einfache Verletzung, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allerdings bekannt, dass man durch die Kombination mit Heilkräutern Mixturen hält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. An den Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, Entschuldigt bitte, die die Konstitution stärkt. Uh, cool. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschungen dürften noch faszinierende Ergebnisse hervorbringen. Schön. Hier auch noch klassisch, na, die Schreibmaschine. Die geile Schreibmaschine. So, eine Kiste. Schauen wir mal hier nebenan. Oh, ein roter Tumpf. Rotes Kraut. So. Was für eine Farce, eine Pflanze in eine Dunkelkammer zu stellen. Aber okay. Objekte kombinieren. Einige Objekte können mit anderen Objekten kombiniert werden. Ja, okay, alles klar. So. Jetzt machen wir aber was völlig ungeahntet und völlig neut im Resident Evil Universum. Grüne Kraut mit rotem Kraut mischen. Oh. Wow. Oh, warte mal. Aber wir haben ja noch Schießpulver. Schießpulver. Das Schießpulver. Und so. Rot. Fantastisch. Fantastisch. So, was haben wir hier? Fünf ist Beweismaterial. Nicht liegen lassen. Okay. Cool. Alles klar. Wir haben ja ein Film. Erinnerungsfoto. Ja. Wer ist... Wie? König Eckbert? Oder was? Käpt'n Iglo? Wer soll es sein? Hm. Wo muss ich noch was nehmen? Nee. Scheinbar finden wir doch andere. Okay. Au. Nee. Nee. Wie schön. Ist hier noch was? Nee. Tausend Kameras, alle verregelt im Paramount. Wozu gibt es denn zur Hölle? So viele Kameras hier. Oh ja, wer weiß. Eine Undercover bist oder bestatten muss, ne? So. Okay. Ihr kennt jetzt auch erstmal Januscht, wo man sagt, so... Das muss irgendwie weg oder rin. Ja. Blup, blup. So. Okay. Dann... Kommen wir mal raus. Hier wäre... Würde mich auch wirklich mal interessieren, hält das Ding jetzt... Firma? Oder... What is it? Hey. Hey, Kumpel. Ah, was zur Hölle? Okay. Auch würde mich mal interessieren, wie weit kann ich stacken? Also, die Pistolenmunition, ne? So, was haben wir noch hier? Hier haben wir noch einen roten Topf. Einen roten Flenskin, das nehmen wir natürlich mit. Als alte Floristen, die wir sind. Da kennen wir ja nichts. Hallo. Ach, ja, nice. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, passt auf, Leute. Ich knall euch hier oben mal in die Ecke, einen Link rein. Irgendwie, da könnt ihr gerne mal gucken, wie es dazu gekommen ist, dass da vorne ein Loch in der Wand ist. Ich habe jetzt gerade irgendwie Knurren hören. Schade. Das weiß ich nicht mehr. Ja, da kennt ich leider den Koot nicht. Nein, 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 nein. Oh. 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 Ich war hier lang. So. Dann haben wir noch hier. Oh. Die Juten Steel Boy. Flintmunition. Drei Stück. Ja, drei Stück. Da haben wir mit dem Windmann aber jetzt auch kein Blumentopf. Was haben wir hier? Nicht. Tragbarer Tresor. Tresor. Anleitung für tragbarer Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen an einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Okay. Okay. Wir können Objekte untersuchen mit der Lupe. Okay. Ah. Okay. Das ist schon mal aus hier. Oh. Okay. Jetzt ist die an. Hä? Ist das jetzt eine andere Kombination? Moment mal. Also am Anfang war es jetzt gerade die. Ja. Halb Tresor, halb Tamagotchi. Ach. Ja. Eine Taste. Ach. Eine Taste. Großartig. Achso. Schluss. Ja. Genau. So. Hier kommen wir nicht durch. Hier brauchen wir Reventil wahrscheinlich. So klassische Dinge. So. Was ist hier? Ist der Knochen wieder auf der Beine oder was? Tatsache. Ja. Was ist noch aus der hüten alten Zeit geworden, als man Zombies mit Kopfschlößen töten konnte? Oh. Die auch liegen geblieben sind. Verrückte Zeit. Verrückte Zeit. So. Ja. Ich habe mich schon bei Resident Evil 3 drüber aufgeregt. Verstehe nicht, wie kann man hier eine Palette hinziehen? Ohne Palette. Wer macht denn sowas? Kombinieren. Wie war denn hier? Verdammt. Mann. Kommen wir nicht mehr drauf. Stopp mal. Was war das hier? Was? Was? Ah. Ich glaube, da war es unten. Also ich kann mich daran erinnern, dass ein Codewort war Cap. Okay. Ja. Schön. Judensteel-Boys. Alles klar. So, okay. Wir haben die Ersatztaste. Was könnten wir mit der Ersatztaste jetzt unten holen? Wir könnten jetzt... Wenn wir die zwei nehmen, könnten wir vielleicht einen Fach öffnen oder zwei. Gucken wir erstmal hier oben nochmal weiter. Das ist schon wieder fies gemacht hier. Die Schweine hier. Oh, warte mal hier. Ja, lol. Und den Piekschlüssel. So, das hat alle dreh drauf. Naja, das spielt ja auch. 89? 98? 98? 98, schmerz. Ja, das sieht ja sehr einladend hier aus. Haben jetzt hier Hunde? Was zum? Auf gar keinen Fall, ja. Nie mit der Pistole. So, ich hab doch unten von dem Vieh, was vor dem Fenster lang geklettert ist, erzählt. Das war's. So, ein Blick auf die Karte verrät uns. Wo die nächste Tür ist. Die ist im Schlüssel. Popelt der die jetzt ab? Popelt der die ab? Hast du groß. Hast du groß. Freunde. So, ich glaube, ich kaufe mal kurz das rote Krautchen in den Top. Also, in die Kiste. Genieße kurz den Sound. Freundchen, Freundchen. So, hier wär auch schön, wenn er lieben wird. So, dann hier ich krieg's die Hunde. Ich schau mal kurz. Also, die zwei könnten wir öffnen. Also, wenn wir die zwei benutzen. Oh, ich hab's noch ein Messer. Was haben wir denn hier? Scheiße. Okay, also hier brauchen wir die zwei und die drei für die Tasche. Was haben wir hier vorne noch drin? Ach, nochmal immer Steel Boys. Na, okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir lieber die zwei. Also, wir benutzen die Taste für Taste zwei. Ja. Okay. Klick. So, welche hatten wir denn? Wir hatten die 208. Die 208. Uh, cool. Und die 102. Schießpuppe. Na dann. Das holen wir uns jetzt. Mal gucken. Wo wir die nächste Taste finden. Okay. Und zack. So, hier drüben war eigentlich nicht recht nicht täusche. Oh, Phil. Nö. Phil, du kannst hier jetzt erstmal nicht rein. Hier war nur die und die benutzen wir. Da bist du hier. Komm her. Siehst du das? Ja. Wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Ja. Mafi, maf. Hier vorne können wir jetzt nichts machen. Da drüben. Ah, jetzt erstmal nichts weiter, ne? Hier ist der Schließfachraum. Hier waren wir gerade drin. Hier ist die Shutgun. Hm, Dunkkammer. Scheinbar können wir noch irgendwas am Becken machen. Okay, dann können wir jetzt bloß noch umgehen, ne? Tut mir das mal. Ding, ding, ding. ding, 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 ding. Das ist wie ein Quatsch. Boah, eine Bauabsperrlampe. Das ist also eine Bakkenbeleuchtung. Warum? Die verrückten japanischen Entwickler. So, und zwar hier. da vorne ist ja ein Brett. da vorne ist ja ein Brett. Ah, schön, die Bretter können wir auch stacken. Das ist natürlich okay. So, ne Kurbel. haben wir nicht. haben wir nicht. Schönheitswirbelter Baum. Wunderbar. Hallo, friends. eins. Was sind wir hier? Yes. Na bitte. Hallo, die Schlüsselkarte für den Weapon Locker. Artikel, der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte. Die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adeligen geziert haben und sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen. Dahinter seiner schönen Fassade, der Teufel lauert. Und dieser Juwel hat gutmütige Adlige in Schlimmere des Poten als Caliula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass die Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Ach, hier, guck mal hier, Käpt'n Iglo. Also, na, Moment, warte mal, hier, die sind da hier. Linker Statuenarm, die nehmen wir noch mit. Und guck mal hier. Das kann ja jetzt nicht der Drillzeilwiesen sein, ne? Das hätten sich das aber sparen können, das daneben liegen. Momente. Ah, der braucht noch so ein Buch. Der Käpt'n Iglo braucht noch ein Buch. Gut, das geht mir. So, haben wir sonst noch irgendwas? Ne, nichts weiter im Kunstraum. kommen wir nach uns hier. Ah, Entschuldigung. Ah, ne? Was ist denn hier los? Dann sagt man, wir sollen das alles wieder wegmachen. Spinnt ihr denn? Was gehe ich dem Hausmeister sagen? Hey. haben sie auch ne Kehle Süße genommen. Claire. Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kann wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Wir spielen unser Lied. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Mal kletterle über ihn. Ich hätte zauern. Ja. Er verschwinde hier. Jetzt. Hey. Lass uns das durchstehen. Warte, ja. 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 Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich. Du bist von Zombies umzingelt. Verdammt. Oh, okay. Alles klar. Oh, schade, 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 schade. Wir sind ein bisschen froh. Wir sind ein bisschen froh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, das ist jetzt aber doof. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Halt oben nochmal rum. Oben war ja, oben war jetzt einfach keine Kiste und nichts. Okay, okay. Krass. Das, äh, das ist ja krass. Das, äh, sieht man jetzt auch nicht alle, aller Tage. Da, dat. Brennende Menikäen da. So. Man, äh, verzeiht mir bitte diesen Umweg irgendwie. Aber, was soll ich machen? So, ich kam nämlich ein bisschen entschlankt und, äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist der Weg zur Kiste und, äh, das Leermachen des Inventars der Schere zum Opfer gefallen. Von daher, setzen wir hier jetzt an. Oh, diese Animation ist schon geil, finde ich. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, 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 okay, ah, okay, wir sind hier. Okay, okay. Ja, das Problem, eigentlich müsste ich ihn sofort umlegen, weil er wird hinter Hellschiss kommen, irgendwie. Scheiße. So, hoffentlich ist jetzt hier, ähm, Ruhe. Ja, ist natürlich blöde, dass ich jetzt natürlich die Bretter rausgepackt habe. Äh, aber, naja, ne, man kann halt nicht in die Zukunft kommen. Dann kommt er halt hier rüber, ihr habt. Ah, die Sicherung. Schön. Das ist natürlich schön. Ja, klar, der hat ja oben. Ja, ihr wisst sowas. Das Kaputtmachen von Scheiben hier kostet, Freunde. Was zum? Mann, Mann, Mann. Da brauch ich erstmal einen Kaffee. Ja, schade, schade. Was hat er denn hier? Ah, okay. Munition hat er. Oh, was haben wir hier? Blendgranate. Na, hallo, hallo. Und schon bin ich da voll. Okay, kann ich ebenfalls als Nebenwaffe ausrüsten. Das ist auch schön. Nein, 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 nein. Die solltest du jetzt hier nicht benutzen. Okay. Schnuppidiwups. Ah, okay, alles klar. Hier haben wir den runden Griff. Super, super, super. Wo fährt der Cheese-Pulver? Gelb. Ja, das werde ich jetzt aber nicht. Man könnte ja Mac-Mulition draus machen, wenn man noch ein gelbes findet. So, haben wir jetzt hier alles. Gucken wir mal kurz nochmal durch. Hier, die haben wir die beiden Sachen. Hier vorne könnte ich ja das Elektroteil, also die Sicherung reinpacken. Hätte ich noch einen Slot frei. Guten Tag. Hallo, hallo. Die sind hier. Ja, wenn nicht, gehen wir uns schnell mal hier hin. An die Trüge. Und kurze Ausschlankung. Okay, rein damit. Rein damit. Leider mit. Ja, das ist nebenan, ne? Irgendwie. Ah, hier machen wir alles kurz mal. So, ein bisschen weg wie mal hinsetzen. Ja, okay. Wir holen uns jetzt erstmal nochmal das Cheese-Pulver und wir holen uns hier einen Rundgriff. Wunderschön. Hier an der Stelle müsste ich jetzt aber mal kurz einen Blick auf die Karte werfen und mal mich fragen. Fragen. So, T und G ist Etage wechseln. Der Rund. Geht's hier hin, Hörer? Zeig der mir an. Die Kurbelvertiefung. Das ist ja keine Kurbel. Wir haben ja einen Drehgriff. Das ist ja was anderes. Dann wird der Drehgriff wahrscheinlich... Ne? Sag mal. Hier. Genau. In der Dusche. Da braucht man. Äh, okay. Alles klar. Dann bin ich hier vorne. Ach, okay. Alles klar. Hier ist offen. Dann... Er verdohnt sich. Äh... Ne. Jetzt finden wir eins. Okay. Alles klar. Gut. Hätten wir es. Dann... Ja, wissen wir jetzt auch, was da vorne so gerappelt hat. Das war Mike von Mike & Molly. Okay. Gut. Und zum 92. Mal ran an die Kiste. Da packen wir das ein. Und wir packen das ein. Es ist schon cool, dass man wirklich vier Stück ineinander stecken. Das ist schon... 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 So. Und wir gehen hier vorne rein. Das war... Der kürzeste Weg. Filser. Filser und Start. Die lassen wir einfach mal. Und wir gehen... Hier rüber. Mal gucken, ob er uns verfolgt. So. Okay. Oh, yes. Oh, jawoll. Jawoll. Sehr schön. Einfach. Es ist auch mal schön, wenn es schön ist. Wunderbar. Wir haben die Shuttle. Egal. Zwei. Dann packen wir die mal. Kann ich die jetzt hier? Hallo. Auf die Eins bitte. Sehr schön. So. Dann machen wir nochmal nach. Nicht, dass ich es jetzt benutzen will. Aber... Stopp. Warte mal. Ne, wir gehen jetzt um die Ecke. Leute. War noch einer? Ne. Vorher am Fenster, ne? Oh. Die Polizei ist ja so verstanden. Mann, die sehen alle übel aus. Die sehen alle wirklich übel aus. Und ich denke natürlich jetzt... Vielmehr auf den Kopf schieße, sehen so nie besser danach aus. Aber sie sehen schon wirklich so von... Schon davor sahen sie schon übel aus. Ja, hier kommt das gerade. Und... Jawoll. So, wie sieht denn das hier aus, Freunde? Schön. Zwei Millionen... Zahnbürsten... Parasierbar. Ach, du Scheiße. Na, komm. Da wissen wir mal wieder, was jetzt passieren wird. Hallo, Sir. Sie können ja nicht einfach schlafen. Hm. Das ist geil. Eigentlich... Ich mag es ja mal. Du weißt eigentlich ganz genau, dass irgendwas passieren wird. Irgendwie. Du rechnest natürlich damit, dass er hochspringt. Und... Aber ne. Er sackt einfach zusammen wie ein Nassasack. Sack wie ein Nassasack zusammen. Wunderbar. Wird das Deutsche noch einfahren. Das ist großartig. Das drückt die Worte um und um und um. So, Schießpulver. Und... Nischt. Okay, wie auch immer. Shotgun. Lecker Arla. Hier liegen ganz schön vier Tote. Das ist der Kapitel. Oh, okay, okay, okay. Sieht er mich? Also, ich entsinne mich, dass diese Biester halt einfach fast blind sind. Irgendwie, man darf halt keine Geräusche machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob mir eine Fußstange... Ich hab's schon gezählen. Stimmt! Okay. Fandt er nicht gut. Aber? Weil ich Schluss mit der Shotgun haben die Sache jetzt auch mal erklärt. Nachhaltig. Boah, der hier rumgesaut. Ei, Mann. Ist das eklig. So, okay, alles klar. Hier brauchen wir den Karo-Schlüssel. The Tutor-Tamu-Lock. Wo sind wir hier? Oh, okay, alles klar. Karte der Polizeistation. Obere Stockwerke. Nice. Okay. Was haben wir hier? Das äußerst maskuline Einhorn. Da, schauen wir doch mal. Äh. So, Chrissi Krakel vom Polizisten. Da unten haben wir den Einhorn. Was ist das? Fische, Krebs und der Wassertopf. Fische, Krebs und, nein, nein. Oh, waren wir da gerade? Waren wir da gerade? Ja. Und wir haben die Einhorn-Medaille. Das Medaillon, entschuldigt, bitte. Das Einhorn-Medaillon. Das schon klingt, ey. So, kombinieren. 25 Schuss kommen wir raus. Das ist natürlich aber auch ein reicher Ausbeuter. Klingt super. Kombinieren. Hier nochmal klicken. Oh, da vorne ist jetzt Starsby. Oder gehen wir da rein? Da gehen wir da mal rein. Da ist da ein Stempfer zu holen. Vielleicht mal einfach nur ein weißer Tempel anziehen. So, ziehen wir das. Stars. So, wir spielen ja auch halt, wie gesagt, leicht zeitversetzt zu Resident Evil 3 Nemesis. Also, ne, nicht, dass wir jetzt hier gerade im Stars-Büro umgurken. Und hier kommt so ein fetter Fleischklops auf immer in Stars. Ah, jawoll. Gelb. Nice. So. Hier haben wir natürlich... eine Medikid-Tasche. Die kennen wir alle. So ein bisschen, wie sich mit Resident Evil, mit dieser Serie auskennen. Die ist natürlich von Rebecca Chambers. Medic. Der Stars. So, hier haben wir noch ein paar. Uh. 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 Am full. Ach geil, hier. Oh Mann. Ich bin voll. Das ist doch Käse. So, okay. Was haben wir denn hier? Der Computer. Äh. Okay. 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 Konto-Authentifizierung erforderlich. Dongle USB. Manche stecken. Warte? Der Dongle. Ja. Nee, hab ich ja gar nicht. Hab ich ja gar nicht. Benni, wie sieht's denn aus? Kannst du mich da mal unterstützen? Kannst du mir mal einen Dongle zukommen lassen, bitte? So. Das ist... Das ist ja... Hey, hey, hey. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Selbstbausets? Okay. Gut. Hier werde ich wieder reinkommen. Und da hinten, Freunde, die Magnum. Die müssen wir haben. Die müssen wir haben. Dafür brauchen wir den Dongle. Mist. Ich bin voll und hierb so viele Sachen, ey. Ach, leck mich doch. Echt jetzt? Jetzt, das Scheiße. Internes Memo. Ha! Das interne Memo. Wir lesen es nochmal vor. 22.09.1998. Interner Bürobedarfsverteilungsmitteilung. Verlegungsmitteilung. Ein bescheidert Wort. Hitzebeständiger Tresor mit 3-Zahlenschloss. Von Stars Büro ins OF ins Büro. Westseite 1F verlegt. Die Kombination lautet L9, R15, L7. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. RPD Hausmeister. Das war die Kombination, die wir vorhin eingegeben haben. Weil dieses Schreiben haben wir auch schon in dem Spiel davor, was wir gespielt haben. Kronologisch. Wir sagten, ein bisschen blöde. Resident Evil 3 hat das im Remake gefunden. Und daher wusste ich die Kombination auch noch für den Save. Aber jetzt seht ihr, so hätten wir sie jetzt auch bekommen. Wer sitzt denn hier eigentlich? Sitzt hier Leska? Oder wer eigentlich Globilla, ne? Doch, Globilla, der war doch ein Führer der Stars am Anfang. Können wir noch etwas lesen? Tja, ich weiß es gerade leider nicht mehr so genau. Aber ich bin der Meinung, er war der also auf jeden Fall irgendwie Captain oder so bei den Stars. Ich weiß nicht mehr, wie gesagt, wenn ihr es nur wisst, haus mal unten in die Kommentare, würde mich heute würde mich wirklich mal interessieren. Ja, hier bei den Waffen, irgendwie hier würde ich einfach mal sagen, Barry Burton. Ja, hier vorne Chris Redfield, war, das war, ne? Ja, und dann hier, was wir sind gebrät, wie Kass und wie sie alle hießen. Okay. Okay. Alles klar. Rote Kraut. Ach, schön. Wunderbar. Schön. Also hier geht es wieder runter. Ich kann ja nochmal gucken, wo ist da noch ein Schlüssel zu benutzen. Ach, das ist aber auch wirklich, das ist doch aber auch mies. Jetzt bin ich hier in die Hand und kann nicht ein hellziert Ding mitnehmen. Na gut. Egal. Zap, 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 zap. Hey, hey, Jungs. Ah, das ist der Buch. Das ist der Buch für Captain Igloo. Okay. Ja, okay. Na gut, wenigstens ist jetzt der Weg nicht ganz so weit. Objekt verwalten. Tap. Swups. Schnups. So. Ein Hornmedallion haben wir auch eingesetzt. Er lebt noch. Ah. Er lebt noch. Ihm jetzt nicht gut. Irgendwie. Ich meine nicht gut. Er ist angegriffen worden. Jetzt machen wir uns mal eine Spur. Wir wissen, was passiert. Wenn du von Zombies angegriffen wirst und die bissen wirst. Okay, alles klar. Die Schlüsse können wir dann auch wegpacken. Wir brauchen die nicht mehr. Und tatsächlich, bin ich wirklich verführt zu sagen, ich packe mal die 60 Schuss weg. weil wir haben 42 Schuss noch bei ansonsten. Das ist eigentlich erstmal ausreichend. Irgendwie. Wir haben die Shotgun noch. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Wir brauchen halt auch ein bisschen Platz. Wenn wir jetzt nochmal ins Stars Büro gehen. Um dann mir zur Kiste zu gehen. Ja, 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 ja. Richtig. Ja, was halt natürlich hier in Resident Evil 2 nicht ausbleibt, ist halt, du hast halt Laufwege. Du musst halt mal einfach ein paar Mal von A nach B laufen. Weil ihr seht, die Kapazität ist halt wirklich mega mau. irgendwie, du kriegst halt nicht besonders viel mit. Aber man will ja nicht verschwenden. Du willst ja auch die Mist hier nicht einfach liegen lassen und sagen, guck mal hier, Shotgun-Shells. Braucht doch keiner. So. Haben wir jetzt alles? Ne. Wir haben noch die Blendgranate. Und dann könnten wir tatsächlich nochmal sogar das Buch mitnehmen. Das ist wirklich ein schaurig, schönes, blutiges Zimmer hier. Fürchterlich. So, hier ist ja glaube ich kein Nischt mehr weiter, ne? Oh, noch ein Messer. Ich kann die jetzt nicht mitnehmen. Okay. Dann schauen wir uns jetzt erstmal wo den Raum an. In der Hoffnung, dass mir die Mäuze reicht. Ich habe noch bei. Scheiße. Jetzt haben wir stehen. Was zum... Alter, die bleiben echt lange stehen, die Penner. So. Ich saue hier. Alles ganz schön eingestrumpft hier in mein Munitionsvorrat. Was können wir hier machen? Können wir mal zusammenschieben. Hier fehlt uns wahrscheinlich irgendwie eine Stange zum Hebeln. Wer hat? So. Drin. Ich saue drin. Oh, was ist hier? Naja, wenigstens etwas. Drin. Drin. Da hat der Leiter hoch. Okay, wir gucken uns das mal kurz in den Rest an. Hier wird hoch. Das haben wir noch. Das haben wir noch hier drüben. Da kommt ein Secretary. Auch nicht. Das Messer haben wir noch hier unten. Das ist immer noch eine Falle. Okay. Hier müssen wir rüberkriegen. Okay. Okay. Wir müssen dann. Hallo. Okay. 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 Na, was haben wir denn hier? Schöne C4 haben wir hier ein bisschen. Das ist aber fein, nicht. Okay. Auch verbringend? Nee. Ja, wäre auch zu einfach gewesen. Also brauchen wir wahrscheinlich einen Zünder oder irgendwas. Hey, hey, hey. Gürteltasche. Wupp, wupp, wupp. Sehr geil. Anonyme Notizen. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht. Und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber, wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir morgen noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Dreckschweine in einem mit C4 präparierten Stahlferch gesperrt. Muss ich nur noch zünden, dann war es das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht. Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz. Aber wie oft hast du dich bitte mir, deinem Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst so ein geiler Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt das Spaß. Fehlt nur noch Musik. Okay, Alter. Da hat dann wohl einer noch ein bisschen freigedreht. Oh, scheiße, Alter. Und er hat so wirklich durchgezogen. Äh, nee. Oh, nee. Echt jetzt, ja? Echt? Oh, nee. Ihnen haben sie jetzt gesagt, hier, hast du eine Knarre? Komm, leg mal alle drüben um. Oder leg mal einen um und dann kommen die anderen frei. Dann haben sie die anderen nochmal umgelegt. Ey, was soll ich? Oh, das ist ein Schlauch. Ich bin voll erschrocken. Da war ich nur. Okay, Schießpulver. Die ist immer auch sehr gemütlich. Ja, ansonsten. Und zielen. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Oh, wo sind wir denn hier? An alle Überlebenden. Betrachte dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Halte die Augen nach den unheimlichen Mistkernen offen, die wie gehäutet aussehen. Man nennt sie Licker. Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber ein überragendes Gehörsinn. So lange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Mach es einfach wie meine Oma. Gehe so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Ich muss jetzt los. Die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund reichen. David. Okay. Okay. Cool, 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 cool. Ah, alles klar, das war der Gang. Das war der Gang, wo das viel lang geklettert ist. Oh, ja, genau, 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 genau. Ja, stimmt. Richtig. So, ein kleiner Blick. Was? Achso, nee, das hier war der Spind. Hier ist das C4. Ja, tatsächlich wird es wahrscheinlich ein bisschen, ja, wie ist es jetzt kürzer, wenn ich hier einfach runterrenne? Um wat zu tun. Um wat zu tun. Wir müssen... Wir müssen ja auf die... Wir müssen zu Captain Iglo. Oh. 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 Scheiße. Hopp. So, schnell bei Phil vorbei. Und dann könnten wir uns ja mal in grüne Kraut reinpfeifen, weil... Und seht so Marvin mäßig. So, okay, alles klar. Dann nehmen wir uns einfach eine grüne Kraut. Und ich würde fast sagen, eine grüne Kraut reicht eigentlich auch. Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit einem roten Kraut noch kombinieren. Ja, easy. So, okay. Verstauen, verstauen. Nee! Simse, simse. Revis nehmen. Nein. Nein. Revis nehmen. Kombinieren. 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 So, machen wir mal so. Planen hier nochmal nach. Gehen Schuss noch. Das Buch. Okay, dazu müssten wir nochmal hoch. Und oben auf der Empore. Warte mal. Und oben auf der Empore. Da ist doch der Kutztraum. Da ist doch der Kutztraum. Letzten wir mal hier. Weißt, was ich gerade noch mich noch nicht. Ich komme hier. Den geahmen Buch. Na, dann haut mal in hier. Used. Auf die Idee ist noch nie in der Ecke um mir. So, Zepter. Untersuchen. Drehen. Aha. Rotes Juwel. Ein kostbar aussehender Edelstein. Jetzt ist die Frage. Und? Mit dem Klunker? Haben wir schon... Können wir den irgendwo benutzen? Haben wir schon irgendwann gefunden, wo der benutzbar wäre? Äh... Äh... Ah, hier war noch besser. Äh, sag mal, was ist denn eigentlich mit meinem Messer passiert? So. Das haben wir da. Wie gut ist das noch? Voll. Haben wir jetzt noch irgendwo eine Tür, wo eine Kette vor war? Wo ich unser, unser, äh, Bolzenschneiderchen da gerade sehe? Äh, hier erstmal nicht. Feuernleiter. Da sind wir ja reingekommen. Der Kunstraum, der ist da. Ja. Nö. Aber was ist jetzt unser nächster Plan? Wat machen wir? Tja. Hm. Gottverdammt. Mann, Alter. Die fressen auch auf Moon, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ja, echt jetzt, ja? Ihr seid noch fit? Ach, das ist auch blöder Penner. Ehrlich. So, hier kann ich... Hier kann ich jetzt eh nicht hin. Hier brennt's. Unten war eigentlich auch soweit alles geklärt. Hier kann ich auch nichts machen. Kann ich jetzt hier nicht machen. Nee. Das Ding ist auch nicht dicht. Hier kann ich nichts machen. Oh, lass mich mal rum, mein Freund. Äh, äh, fahre. Ah, nee. Moment, doch, doch, doch. Hier war doch noch ein Ding mit Kette. War doch noch. Und zwar hier drüben. Eine Tür mit Kette. Da gehen wir mal hin. Oh, echt jetzt, ja? Oh, echt jetzt, ja? Ach, scheiße. Oh. Oh, da geht's nicht, wir sehen. Oh, krass. Wo kommen die alle her? Wo kommen die alle her? Oh, krass. Scheiße. Ich muss ja wirklich gerne noch mehr Messer wieder haben. Oh, ja. Oh, ja. Hier war noch eine Kette. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, hallo. Oh, alles klar. Alles klar. So, warte mal. Okay, wir könnten den Bolzen schneller wegschmeißen. Bump is taking, my friend. Locker room. Hier haben wir nämlich einen Cap. Alles klar. Okay. Herzschlüsse haben wir nicht. Und mal auf. Los. Hopp. Hopp. Huhu. Huhu. Okay. Ich geh mal hier kurz in den Safe-Raum. Und da muss ich mich mal ein bisschen orientieren, wo ich hin muss. Was ganz schön. Man kann auch so ein bisschen den Überblick verlieren, wo man hinrennen muss. Holzbretter. Ist also sensationell Stack bei dir Dinger. Ich freu mich richtig. Also nicht, dass ich es jetzt anscheinend ständig benutze. Aber hey, fünf übereinander. Ist schon mal eine schöne Sache. Okay. Was machen wir? Wir nehmen außerdem mit Flintenmunition. Das haben wir. Wir haben noch immer grüne Kräuter. Das reicht erst mal. So für die spontane, schnelle Heilung. Irgendwie ist das okay. Dieser rote Edelstein. Wofür? Haben wir irgendwas gefunden, wo wir den benutzen können? Okay. Einfach hoch und gerade. Okay. Wir sind sogar relativ nah dran. Na, dann gehen wir da mal hin. Dann gehen wir mal da hin. Ach Gott. Tatsächlich wirklich ärgerlich. Das ist hier echt. Also die respawnen relativ häufig hier irgendwie. Da muss man... Ach, bin ich doch schon wieder zu weit gelaufen, oder? Bin ich doch schon wieder an der Etage zu weit gegurkt. Das ist natürlich überhaupt nicht. Nee, hier war das. Okay. Warte, warte, warte. Knirsch, knirsch, knirsch. Knarzt. Ach, scheiße. Sieht mir nicht gut aus. Der grabelt einen doch. Alles klar. Hm. Ja, oh Freude, oh Freude. Okay, alles klar. Was jetzt schlimmer ist, der hat sich gerade nicht am Zombie angehört. Krieg den hier durch die Gitterstäbe. Das wäre natürlich ganz geil. Tja, Benny. Wie du sagen wurdest, Justice. Hm? So, und hier haben wir noch das letzte, letzte Medaillon. Aber da ist... Ja, mein Aim ist mal wieder unterirdisch. Aber so kennt ihr es ja von mir. So, und zwar... Die Jungfrau. Was haben wir denn da? Frauengesicht. Pfeil. Schlange. Das ist ja nicht so gut zu erkennen. Ich glaube, das ist der Traungesicht. Ich würde mal sagen, das ist der Pfeil. Das war die Schlange. Mädchenmedaillon. Cool. Damit ist er eine ominöse Gang frei. Okay. Was ist der? Das ist der Pfeil. Das ist der Pfeil. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, man, alter. So ein Wichser. Oh, der hat mich jetzt aber echt gekriegt. So ein Arsch. Okay. Was ist hier? Ah! Da muss man denn den Schrank bei Seite räumen. Okay. Ok, alles klar, wo, warte mal, wo geht's hier eigentlich hin? So wie, geht's gut, wollen wir schon mal hin? Da gehen wir doch mal hin! Nö, warte, 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 warte! Oh nö, echt, alle wieder da? Oh, da weg da hin, da weg da hin! Oder einfach weg, weg! Ja, ist man durchgecrashed, ne? Ja, deswegen muss man wahrscheinlich nur die Schränke, also quasi die Bücherregale zusammenschieben. Ja, um das zu schaffen. So, ok, lass mich kurz einen Blick in der Da werfen. Alles klar. Na komm, let's do it! So Marv, wie sieht's aus? Lass uns hier verpissen. Komm. Da findet ihr den Weg raus. Na dann? Wie, wenn ihr mitkommen oder wat? Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort! Nein, nein. Ich... ...rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's... Hey! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Hören Sie mich nur. Es ist zu spät. Habe's versucht, Leon. Aber ich konnte's nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. Klare Sache, ne? Jetzt hat er natürlich gesagt, so... Er ist eine zu große Gefahr. Oh. Okay. Entschuldigung. Hm, hm. Ja, ist klar. Brauchen wir wieder ein Drehventil oder irgendwas? Alter, wer hat denn hier bitte sein Büro? Oh, das ist ja auch mal alles. Das ist ja auch unangenehm. Ach. Was lesen. N. Ah, hier haben wir noch... ...Metro. Okay. Wir machen das gleich. Wollen wir uns mal ein bisschen... Schießpullen wir mal auch noch. Komm, wir sind immer noch mit raus. Komm, wir gehen. Zack. Komm, wir gehen. Den Packet kommen wir jetzt erstmal zurück hier. Rotes Crowd. So, machen wir es so. Wir haben ein bisschen aufgeräumt hier. Zack. Zack. So. Oh, na dann. Tja, bin ich auch mal spannend, wo der Fahrstuhl hingeht. Und es geht abwärts. Was ist denn jetzt für ein Polizeirevier? Was ist denn das? Hey, 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 hey. Okay, man. Wurde auch noch zurückkommen. Glaub ich. Oder? Ja. Alles klar. Äh. Da, 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 da. Okay. Oh. 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 Gebt's denn hier was zu finden? Oh. Oh. Umschlossen. Gut. Oh. 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 Ich dachte, wir kommen jetzt hier mit der Weapon-Locker-Card weiter, aber ich Ich glaube, hier müssen wir wahrscheinlich halt so eine Police-Badge, so eine Polizeimarke einführen, die wir auch nicht haben. So, was haben wir hier noch? Schönes. Handgranaten. Nice. Okay. Mann, 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 Mann. Also hier kann es schon mal passieren, dass man das halt einfach durch Vergessen des Klickens einfach nicht aufsammelt. Das ist doch scheiße, wenn man es schon irgendwie im Inventar angezeigt bekommt. What? What? Wer? What? Who's there? Äh, hello, sir? Äh, what war'n das? Wer war'n das? Alter, was ist das denn? Also, ich hab' ja schon so, so die ein oder andere Anlage unter irgendeinem völlig ominösen Resident Evil Gebäude, wie sehen im Laufe der, 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 der zahlreichen Resident Evil Spiele. Aber das, das sieht weder nach, also, weder nach einem Museum oder noch nach einem Polizeirevier aus. Was ist, was soll das denn für Pumpenanlagen sein? Was ist, was soll das da unten sein? Ah, wahrscheinlich ne Brauerei. Okay, gut, wir, was ist das? Oh, Gas. Nun gut. Jetzt holen wir mal weiter. So, ne Menge Spinte sind umgekippt. Bäh, 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 Bäh. Ja, wo kommt er denn jetzt her? Oh mein Gott. Nee, Alter, geht doch alles kaputt. Ey, wenn der nicht da durch so ein Stahlgitter drückt. Geht euch mal bitte an, wie dick das ist. Da ist es kaputt. Wahrscheinlich sind wir jetzt auch gleich kaputt. Äh, ja, 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 ja. Nun, ich kann hier nicht helfen. Wie gesagt, hier helfen. Warte. Ich habe hier was, was dir hilft. Klingt ein bisschen nach Evelyn. Oh, die hat's. Oh, man kann hier die Dinger. Also, diese Messerattacke ist eigentlich ganz geil. Muss ich mal sagen. Also, die rettet uns auf jeden Fall. Aber wir haben kein Messer mehr. Also, wir haben die Shotgun. Aber für die Shotgun müssten wir wirklich nah an den Rand rufen. Das habt ihr... Nee, möchte ich nicht. Bye-bye. Ja, huch. Das war ja was. Jemand beobachtet mich. Ja, äh, das ist der erste Gedanke, den du hast. Äh, also ich glaube, das war, ähm, ähm, ohne jetzt, äh, ich droppe jetzt hier einfach mal einen Namen so in die Runde. Im Originalteil war es William Birkin, bin ich der Meinung, äh, der Wissenschaftler, der massiv an der Arbeit des T-Virus beteiligt war. Und der kam jetzt hier recht random kurz daher. Ich weiß jetzt nicht, ob das sich durch den, ähm, Claire-Story-Strang so ein bisschen noch aufschlüsselt. Oder, ähm, wer weiß, vielleicht. Wir werden es ja sehen, wenn Benny es spielt. Schreibt mal am besten unten in die Kommentare, Benny muss spielen. So, okay, ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, wenn das hier im Bosskampf war, finden wir bestimmt hier noch da drüben von Kraut so ein paar Sachen, was wir looten können. Okay, so, ja, ein grünes Kraut, was wir mit einem sammeln, Handkarte, man, 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 man. Jetzt finden wir die guten Sachen, aber das ist auch so eine Sackgasse, hier möchte ich nicht mit dem stehen. Ah, und mein Messer ist weg. Äh, der Penner. Mein Messer ist weg. Okay, rote Kraut nehmen wir noch mit. Das kombinieren wir gleich. Ah, das nehmen wir auch mit. So, gut. So. Da war noch die Treppe. Kommen wir hier noch. Hier ist, ja, hier war nichts. So, wir schauen mal kurz. Ein Blick auf die Karte verrät uns. Wir müssen dann alles haben. Dann gehen wir mal auf zur Treppe. Oder zur Leiter. So, also wenn euch irgendwie einfällt, für was diese äußerst hochgradig industriell anmutende Anlage gut sein soll, würde mich mal interessieren, haut es in den Comments bitte. So, okay. Hier haben wir noch Schießpulver. Und ansonsten ein Hauch von Nischt. Oh, doch, ja. Bisschen Unkraut, da nehmen wir noch mit. Da können wir nix. Da können wir nix. So. Jetzt gehen wir noch da hoch. Auch hier waren wir. So. Hier waren wir noch nicht, ne? Wozu kann man die Brücke da rüberfahren? Wozu? Sorry, but I don't understand. Aber man muss sagen, Atmo Deluxe. Klack, 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 klack. So, okay. Okay, mal ein bisschen Gas. So, ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht so viel übersehen. Wer weiß, irgendwelche kleinen Wackelköpfe oder irgend sowas. Das ist natürlich ein tolles Areal, um die Dinger zu verstecken, um die irgendwo, ach, da hinten in 1000 Meter Entfernung ist einer. Die muss man wegschießen. Äh, sowas, ja. Das werde ich wahrscheinlich dann übersehen haben. So, jetzt verstauen wir mal ein bisschen was. Ah, der Kabel nichtet Messer mit Osteabilität genommen, ne? Okay, gut. Ich würde mal sagen, wir lassen das so. Habe ich noch irgendwo etwas Schießpulver? Nicht. Dann packen wir das vielleicht noch erstmal wieder zurück. Das packen wir hier hin. Ich setze euch noch keine Idee, wo die, äh, ah! Gürteltasche! Wupp, wupp! Die guten Gürteltaschen. Eigentlich wäre ja immer cool gewesen, ich weiß ja nicht, ob es überhaupt der Fall ist, äh, oder vielleicht ist es ja sogar passiert, dass, äh, für so eine total geile Special Edition von Resident Evil diesmal halt keine Figur mit bei ist, die du mit hinschicken kannst, sondern ne Gürteltasche. Kann man das mal recherchieren, irgendwie? So, okay, alles klar. Blick auf die Karte sagt, Homö, Ollis, gib mir heute. Okay. Tiefgarage und ich höre Hunde, Hunde sind nie gut, Hunde sind nie gut. Okay. Mist, nicht ohne Karte. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir! Hey! Wer ist da? Aufgepasst! Weg damit. FBI. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich nen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Hey! Ich hab noch nicht ausgeredet! Ja, das würde Sie nicht interessieren, irgendwie. Ähm, wer das ist, möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Ich mag den Charakter sehr, kann ich nur sagen. Ich finde die echt gut. So! Okay, alles klar. Äh, da hinten ist jetzt offen. Da ist jetzt grün. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Oh, Scheiße. Das sieht doch auch unheimlich aus. Oh, die Bucke. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Äh, ein Schießstand. Okay. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgendes Objekt. Schlüssel für Einsatzwagen. 7439. Details. Verwogener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendrucktüren und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Okay. Okay. That's it. Dose. Okay, wir konnten Dose mitnehmen. Vielleicht können wir uns Dose angucken. Ja. Hm, verbogene Schlüssel. Okay. Schön. Und? Hat hier nicht jemand irgendwas liegen lassen? Vielleicht... Das ist groß hier. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels. Hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön, ihr zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon Figuren, oder? Also ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießrücken benutzen. Aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder. Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon, over. Ja. Ja, 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 ja. Tatsächlich sind wir anscheinend einer der bösen Kinder. Wenn wir nämlich diese kleinen Figuren ständig wegknallen. Wenn wir denn mal welche finden. Ist denn vielleicht hier hinten jetzt irgendeine zu sehen? Ja, da hinten. Guck mal. Kling! Die haben so ein bisschen was von Crash Bandicoot. So, von der Optik. So, wie kommt man denn jetzt dorthin? Weil hier liegt was. Und jemand vor allen Dingen. Ist das jetzt ein bisschen eine Tür oder irgendwas? Hä? Hä? Ah, okay, alles klar. Das war jetzt gerade für mich nicht so ersichtlich, dass diese Tür dorthin führt. Ah, jetzt fragt mich doch, warum liegen hier Zombies? Oder warum ist man hier reingegangen? Hier hat er noch die geschossen. So, ich stehe bestimmt gleich auf. Ach, widerlich. Einfach eklig. Ich gehe ihn mal raus. So, hier kommen wir nicht weiter. Den Schlüssel haben wir nicht. Dann lasst uns doch mal einfach kurz zurück in die Tiefgarage gehen. Ich höre noch Hunde. Ich höre noch Hunde. So, können wir denn jetzt hier... ...machen? Untersuchen? Turn around. Cool gemacht. Gewährschaft, Mathilda. Oh, schön. Schön, 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 schön. Völlig lächerlich aussehen. Aber, schön. So, damit dürften wir... ...drastisch unser... ...verbessert haben. Oder ist es was? Schön. Finde ich gut. So, können wir denn eigentlich jetzt... ...die Sehäuschgröße. So, können wir denn eigentlich jetzt... ...die Sehäuschgröße... ...die Sehäuschgröße. ...transformatorenraum... ...ah, okay... ...zwinger... ...ach du Scheiße. ...leichenhalle... ...nö... ...aber... Kumpel Wie? Wo? Phil? Ach hei Und du? Trunkenheit am Steuer? Oh krass Geh mal ein bisschen näher ran Mal gucken, ob so ein Scrubbelt Hi, ja Hey du Ach, das ist unheimlich Und du? Machst ein Schläfchen? Oh je Bitte lass jetzt hier nicht mit einmal Scheiße Oh Gott Nein 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 Nee, da würde ich erstmal noch nicht hin Ich gucke mir erstmal, was da vorne liegt Hey Kumpel Man könnte jetzt natürlich Hallo Hey Ich glaub's ja nicht Ein echter Mensch Hallo Mensch Sind Sie hier schon lang? Lang genug Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns Oh, gut zu hören, schätze ich Ja Es sei denn, Irons schickt Sie Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Den kümmert's Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt Bin sicher, er hatte einen Grund Hatte er Ich stand knapp davor, ihn aufliegen zu lassen Ich hätte dasselbe getan, schätze ich Hey Wie wär's mit nem Deal? Befreien Sie mich und ich geb Ihnen die Gebt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage Glauben Sie mir Sorry, das geht nicht Nicht ohne den Chief zu fragen Hören Sie Wir beide müssen hier irgendwie raus Entweder arbeiten wir zusammen Und helfen uns Oder Scheiße Es kommt Was? Was kommt? Komm Komm, sag keinen Arsch noch, okay? Du brauchst die Lass mich verflucht nochmal hier raus Oh mein Gott Wer ist da? Ich bin's nur Stecken Sie bitte das Ding weg Ich weiß gar nicht, was passiert ist Das ging Alles so schnell Ich sagte doch, Sie sollen abhauen Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant Hatte Informationen Für meine Untersuchung Also hat er die Wahrheit gesagt Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen Ich weiß nicht mal Ihren Namen Ich bin Leon Kennedy Finde ein Weg raus Leon Bevor es zu spät ist Dann reden wir Ich bin Ada Ich schätze, das ist dein Deal Alter, was war das denn krasses Bitte? Was hat denn da durchgelangt? So, was liegt denn hier schön? Was ist denn? Die Kurbel Na bitte Die hat uns auf jeden Fall an eigenen Stellen sehr gefehlt Notiz Gefängnisschaltschrank Der Schaltschrank ist defekt Könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern? Dürfte zwar allen bekannt sein Aber da der Schaltschrank höllisch alt ist brauchen wir Schaltschrankteile die nicht mehr hergestellt werden Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen Nachtrag Mir wurde gesagt Dass im Transformatorraum Transformatorraum Nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist Der Typ, der die Glocke des Uhrentums reparieren soll Müsste noch eins haben Also nehmt es Ihm Ich meine Bitte Bittet ihn höflich darum Okay Alles klar Dann werden wir ihn mal höflich darum bitten Was in aller Welt Arm und Ja Ja okay Alles klar Hier muss man wahrscheinlich ein bisschen Puzzle nachher Wenn wir das Teil haben So Wenn ich jetzt die Zellen öffne Wird sinnvoller Vielleicht die Zombies vorher zu töten In den Zellen Wahrscheinlich Das wird es jetzt noch nicht gewesen sein Wahrscheinlich So creepy eh Der Typ, der die Urteile Also die Urteinteile repariert Ist der auch Reingesperrt Oder Okay Dann gehen wir nochmal da drüben rein Hier werden wir ja wahrscheinlich nicht reinkommen Hier ist zu Okay Oh ne Er wird ja auf jeden Fall Absolut dagegen Ein blaues Kraut Super geil Oh ne Ich hab jetzt gerade keine Rote Kraut So ne Scheiße Weil Wir haben ja gelesen Blaue Kraut und Rote Kraut Steigert Die Konstitution Haben wir also Dauerhaft Ein bisschen mehr Power Boah das war Das war Das war Die geile Kif Äh Ja 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 Äh Äh Ja also hier knall ich auf jeden Fall die Viecher weg Wenn sie noch drin sind Was Ey ich sag ich hab vor diesen Hunden halt so höllischen Respekt ey Oh Schatten Scheiße So Aber Obwohl wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind Irgendwie Was hat da durch die Wand gelangt Und den Typen getötet Oh ne Was scheppert denn da so Heut nicht alle Hunde getötet Okay Ne Natürlich nicht Hier Lass uns doch hier immer die Kurve benutzen Treppen Des Unglücks Okay Und diese Tür Man latscht die doch nicht so oft Kiegt doch mal vorsichtig erstmal renn Ach die Leichenhalle Yay Mein zweitliebster Platz So wer liegt hier Hier liegen meine Gebeine Ich wünschte es werden deine So ist jetzt aber auch nicht wirklich Normale Äh Normale Normale Prozedere In der Patronie Der Polizei Dass man hier Und auch komm Nimm mir mal hier Pins So reißt Zwecken Und flacktet In den Beton renn Mann 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 Ganz schön schaurig Ganz schön schaurig Oh Ne Ah Vielleicht finden wir den Urtum Typen Ist das der Urtum? Urtum Typ Ja Wollen wir uns angucken Oder Was ist los Nice Damit hätte ich jetzt Am allerwenigsten gerade gerechnet Oh Mann Ey Steht der nur hoch auf Ja Kopfschuss-Party, super. Und die. Na, ist er nicht? Oh, wie geht's? Wie geht's? Ist alles gut? Präventiv. Einfach mal präventiv. Ja, schade. Schade, schade. 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 Sollte ich sterben, nur mit meiner Flashbang. Hey, 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 hey. 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 Können wir das hier auch zu machen wieder? Machen wir zu. Tschüss. Oh. Oh, schön, 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 schön. So, bereit für den Kräutertest, Freunde? Wupp. Unter dramatischer Musik nahm wir das blaue Kraut und kombiniert das mit dem roten. Und siehe da, es wurde eine Mixtur. Vergiften? Vergiften? Moment mal. Da muss ich mal ganz kurz nachhaken. Heilwirkung von Kräutern. Äh. Ha, ha. Nö, nö. Ein Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Ja, kann ich das jetzt... Wie würdet ihr das jetzt interpretieren? Also, ich habe jetzt gerade blau und rot gemischt und habe etwas bekommen, mit dem man anscheinend Gift heilen kann. Was jetzt per se nicht verkehrt ist. Aber... Jetzt erstmal, weil, hey, das ist ja eine dramatische Musik. Jetzt krieg dich doch mal ein hier. Äh. Aber jetzt auch nicht wirklich... Äh, so, dass man sagt, so, hey, alles klar. Friss mich ruhig, wenn du nicht vergiftet bist. So, okay. Wozu habe ich... Ah, hier ist noch eine Tür. Ich werde gewundert. Wozu habe ich jetzt bitte hier... Das Rolltor hochgezerrt, wenn hier nichts ist. Mann, das ist wirklich ein unheimlicher Keller hier. Ey, wirklich, so eine kleine Lampe. Wurde doch schon Wunder wirken. Ah, nein, das muss natürlich alles creepy und eklig und wer richtet sowas überhaupt ein... Äh, okay. Äh, Käse, 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 Käse. Nein. Nein. Ich wollte... Nein. Ach, so eine Scheiße. Ich wollte doch kombinieren. Ah, der... Wer? Wo? Wo? Ah, elektronische Bauteil, wie wunderschön. Ich würde mal sagen, das ist ein Zorni, ne? Das ist kein Hund, oder? Oh, hello, sir. Aber die Fahrer ist wo, Knota? Steht der hier noch irgendwo drin? Tja, egal. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Wer baut so eine Schaltschränke? Noob. Na, schischkirap. Okay, he's here. Was ist da eigentlich? Schade, schade. Oh. Oh, wie? Nein! Gott. Nein, ich habe gesagt Platz, wenn Cesar Milano sagt Platz, dann ist Platz dir angesagt. Oh. Hunde, ich liebe sie. Eigentlich liebe ich Hunde wirklich irgendwie. Ich finde Hunde sind ganz, ganz tolle Tiere. Aber nicht so, nicht so. Tatsächlich muss ich mal ein bisschen gucken, meine Muhen wird langsam knapp. Ah, aber durch meinen völlig sinnfreit Rumi Baller irgendwie, durch meine Nubigkeit, den fehlenden Aims irgendwie, kann ich natürlich diese Teile jetzt mitnehmen. Dies ist natürlich auch nicht schlicht. So tut alles sehr gut. Dies hier. So, komm, popel mal raus, das Zeug. Schön spannend. Elektronisches Bauteil. Ist klar. Ob eins reicht? Alter, was ist denn mit dir los? Also der wäre auf jeden Fall vor, äh, der Ausgangstür ein Problem geworden für mich. Da kenn ich mich. Nein! Genau so. Was soll denn das? Ey, und wenn ich jetzt hier durch den, wenn wir jetzt durch den Zwinger gehen. erwarte ich, dass alle Hunde tot sind. Warte ich, dass alle Hunde tot sind. Mann, ey. So ein Scheiß. Okay, wir könnten beim Skistand hinten nochmal rein. Oh, hier ist ja noch eine Tür dabei gar nicht drin. Hier, bei der. Ähm. Wo? Hört doch schon mehr. Das ist doch... War doch schon mehr gerade. War doch schon mehr Bello. This way. Hey, hey Leute. So. Gehen wir jetzt hier hin? Und ipp ihn fuuuul. Komm ihn hier an. Oh, ein Film. Weiteren Film. Ihr könnt ihn... Naja, dann würde ich sagen, holen wir mal den Autoschlüssel weg. Ich schmeiß zwar nicht so gerne so Items weg, aber hey, wir können ihn halt nicht mehr benutzen, ne? Denn hinfort. So, haben wir. Nein. Schauen wir mal, wie... Oh, Alter. Oh, krass. Was? Was? Wo ist das? Ah, alles klar, hier hat zehn Typen erwischt. Komm in hier, ja, bitte. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, okay. Ah, super. Uh, okay. Dann packen wir das jetzt hier erstmal alles ein. Wir brauchen einen Schießpult. Und das, nimm mal mit. 25 Schuss. Ah. Ich bin ein bisschen am Überlegen, nehme ich jetzt 60 Schuss mit, weil ihr seht, ich komme hier echt krass in Bedrängnis. Sie haben Schuss, nimm mal was. Ach, soll der Kommt nennen? Mir bringt's auch nichts, irgendwie, wenn... Hallo? Wenn das Zeug hier einfach in der Truhe verrottet, irgendwie, denn nehme ich's mit. Die Kurve brauche ich, den Film brauche ich. Ich könnte jetzt natürlich erstmal... Wollen wir zurückgehen und schnell den Film entwickeln, irgendwie, um zu sehen, hey, was wir finden, oder... Warum könnte ich mich nicht bewegen? Okay. Aber diese Musik ist ein Traum. Okay. Krass. Okay, cool. Das werden wir wahrscheinlich für die Zelle brauchen. Glaube ich. Uh. Merk-Munition in drei Stück und ich bin voll, aber es wäre kein Problem. Ah. Ja, der ist schon... Überwettkehrt. So, wer muss ich mir annehmen? Alter, was ist das für eine Riesentasche? Hm. 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 Oder wir machen's... Ganz kurz mal... Okay, wir haben noch nicht alle Elektro-Teile, wie ich jetzt da drüben mal so interpretieren würde. Denn würde ich einfach mal sagen, wir... Was machen wir, packen wir das erst mal ein? Ich bin grad ein bisschen unschlüssig. Ah. Okay, wir verstauen das erst mal. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen erst mal so... Oh, 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 oh. Nach Munition. Entschuldigt, bitte. Das ist ja kostbar wie Gold und die Klasse Klingen. Jaja, so. Naja, das ist halt stief in Reimform. Benni würde sowas nicht passieren. Okay. So, hier ist nichts. Okay, ich geh mal kurz durch. Bitte lass... Nee, bitte keine Hunde oder Scheiße jetzt hier. Zombies muss aber ohne sein Alter, und er zerstört sich noch die Bähnerin von dem Typen Ah, okay, alles klar, hierfür war Okay Ah, geil, ein Messer Das ist natürlich schön Oh, fies, Alter Fies Oh, ist das gemein Gott Ist ja mal weiter Ruhe da vorne, oder wie? So, wo konnten wir denn jetzt eigentlich uns nochmal unter uns Bäckerbuben gefragt Die Kugel noch benutzen Die war doch, glaube ich, eine Etage höher Und zwar hier Wir könnten also zum Chefbüro Wir könnten in die Wäschekammer Yeah Wir könnten uns noch das Messer holen Obwohl wir jetzt gerade, glaube ich, eins bekommen haben Ich habe es gar nicht so schnell gesehen Was wir jetzt gerade auch wieder mal Einfach ein Zugenspatel Ähm Ähm Ja Okay Okay Ich hoffe, wir treffen jetzt nicht auf Non-Stop-Gegenwehr hier Das wäre mir schon sympathisch Einfach aufgrund unserer Munitionsknappheit Die Koffer der Kno und war nicht Marv? Marv? Ach, Kumpel Ach, Marv Verdammt Das tut mir leid, Marv Ach, Scheiße Marv Sorry, Marv So, der Aktenraum wäre nicht zu öffnen durch uns Dazu bräuchten wir den Herzschlüssel Wir müssen wirklich eine Etage hochheben Na von den Arschgeigen, Alter Okay, alles klar, die Wäsche, komm, wir geben mal in die Wäschekammer. Nein! Du Schwein! Und ich sag noch, lass mich nicht immer jetzt hier die ganze Zeit Munition verballern, aber nein. So, dann bin ich jetzt der Messer-Boy. Ich hoffe, dass der Licker nicht wieder da ist. Winzin. Bonjour. Kleine Qualitätskontrolle, sind die Hemden auch gut gestärkt? Yeah, ein Tresor. Aber hey, lass uns mal gucken, was drin ist. Und du suchen. Ach. Okay, der ist der Erste. Ja, das finde ich dann halt komisch irgendwie. Scheinmal gibt es dann halt mehrere Kombinationen. Weil ich finde es halt komisch, dass du mittendrin anfangen kannst. Irgendwie. Das ist ein bisschen seltsam. Nope. So, Taste. Warum versteckt man die Scheißdinger in Tresoren? Wieso? Es macht doch keinen Sinn. Also, so random Artikel. Da sagt er, okay, da oben die mich mal verstecken. Die mich mal, aber hier machen wir ein Tiefi. Bip, 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 bip. Also. Ach. Logik. Logik-Lücken. Dann sollen sie so... Dreh ich mir eigentlich auf. So, okay. Alles klar. Hier waren die Stars. Hier ist die Ostkammer. Hier braucht man auch den Dongle. Schauen wir mal in der Tiefe. Hier waren die Schließfachräume. Tja, dann würde ich mal sagen, wir laufen mal durch. In der Hoffnung, dass wir allein auf diesem Flur hier sind. Das hat sich bewegt. Das hat sich bewegt. Ich rede auch denn nicht. Da bin ich noch sehr leise. Nicht der Silikau, Sir. Komm. Nee, das... Nee, da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir nicht durch. Das scheint aber... Okay, alles klar. Aber ich bin sehr erfreut, dass scheinbar diese Verbarrikadierung der Fenster halt echt anscheinend ordentlich halten wird. Wie ist das nicht auch für immer? Aber... Wie weit denn? Ja, bitte. So, und dann können wir gleich eintippen. Es war nämlich die 3... 0... 2. Natürlich war die 2... 0... 3. Kleiner Zahlendreher. Okay, und damit dürften wir jetzt alle geöffnet haben. Gürteltasche of the death. Scheiß. Haut's in die Kommentare. Hashtag Gürteltasche. So. Alles klar. Dann hätten wir dieses Geheimnis ebenfalls gelöst. Hier hätten wir noch die Kobel einzusetzen. Und da kommen wir anscheinend zu einem ziemlich großen Areal. Das denke ich mal, sollten wir uns mal anschauen auf jeden Fall. So. Oh. Was? Oh, Marv. Ach komm, die. Das ist, weil er einfach ein netter Kerl ist. Da seh ich dich jetzt hier. Du bist jetzt mein Haus-Zombie. Na, 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 na. Und lasst mich raten, ich... bin eigentlich schon relativ voll. So. Dann nehmen wir diese Ecke rein. Red Alert. Red Alert. Und ich denke, wenn wir Glück haben, können wir die... So, die Kugel nämlich danach raushauen. Oh, hello, sir. Ja, guck mal, der Schluss ist auch... Passi. Gut, wissen wir auf jeden Fall, wenn er zurecht kommen sollte, können wir die Dinger weghauen. Nein, da muss der Raccoon-Figur. Bitte. Scheiße. Chip Irons Tür ist zu. Herzschlüsse wird benötigt. Privatsamilungszimmer. Okay, wenn wir jetzt hochgehen... Wir kommen, Lagerraum Ost. Okay. Ah, alles klar. Na gut, dann gehen wir mal hoch. Warum übrig unheiltschwangere Musik? Oh Gott, wir können hier auch runter. Gucken wir mal, es kommt kurz runter. Komm, nein, hier. Was sind wir denn hier? Der Vernehmungsraum. Okay. So, der dürfte doch jetzt auf der Karte markiert haben, dass es ein Herzschluss ist, ne? Ich jetzt, ja. Kreuzraum. Der Zwischuss muss reichen. Ja, ich muss wirklich mehr Bretter verriegeln irgendwie. Aber, letztendlich ist halt natürlich so ein bisschen die Frage, ich habe jetzt fünf Bretter oder so? Was? So, einen großen Blumentopf hier winst du damit? Oh, nee. Irgendwie bei 20, 25 Fenster. Okay, also, gehen wir doch mal dahin, wo es so unheimlich klingt. hier hast du jetzt so ein Brett hier zu stehen, ja? Das ist ganz schwer, so eine Krawatte. Warum bin ich immer so blöd, ey? Irgendwann einfach kategorisch für das Falsche entschieden. So, Ländgranate. Tür, wir schauen erst mal in Christian. Pistolenmunition, das ist mir sympathisch. Da sage ich nicht, nein, da schlage ich zu. So, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, das ist mir aber nicht schön hier. So, also, ich hoffe auch wirklich, dass man die nachher nicht mehr braucht, irgendwie. Also, das wäre wirklich arschig, wenn die nachher sagen, so, ja, guck mal. Aber hier, um das Rettungsschwimmer-Outfit zu bekommen, oder so eine Scheiße, kannst du hier noch die Kugel benutzen, irgendwie. Oh, ist weggeschmissen? Das ist scheiße. Das ist ja schon, das wäre mies. Zugeschluss? Okay. Ah, aha, so, So, wie ich das jetzt gerade gesehen habe, komme ich hier vorne auch nicht drin, weil hier ein Herzschluss ist, ne? Alter! Stirb! Herzschlusser, Alter! Zahnrad? Aha! Also, ich wüsste gerade nicht, wo ich das Zahnrad benutzen sollte. Oh, nee, echt, So ein Doppel. Das ist ja für ein... Oh, das hat er kein Abend. Das ist ja schau. Yay! Oh, okay, alles klar. Ich habe noch einmal auf die Schrot-Munition übersehen. Das kann schon sein, dann bin ich nicht hier gelaufen. Ich werde mich hier jetzt vorriegeln, da rammeln, da ist immer noch zu. Okay, hier ist ja schon was. Äh, 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 hier ist ja schon. Ach, der Scheiß. Kann ich zwei blaue mischen? Nee, kann ich nicht. So, ja, kommen wir oder mal, irgendwie, ich brauche auf jeden Fall eine Truhe. Scheiße. Ja, das bin ich so cool. Verdammt. Ja, wer baut seine Leitern? Hallo! Okay, ja, alles klar. Ah, den baue ich für die Bödieg. Was zur Hölle passiert jetzt hier? Ja, jetzt hat er schon mehr so diesen, wo man es doch schon wieder erhegen, ey. Werd irre hier, ey. Ah, okay, alles klar, was die andere Seite ich würde gerne sagen, cool, aber das ist eigentlich nicht. So, na, gehen wir mal weiter. da, da sind wir mal die Treppe rund, da. Da gibt es noch zwei Kräuter. und da sind wir mal. Oh Gott, grüß dich. Okay, jetzt erscheint er. Bleib betrieben. Ja, wahrscheinlich werde ich hier das Zahnauk gleich brauchen oder was. Gott sei Dank alles noch kombinationsfähige Items, die ich gerade finde. Gut, Elektroteil wird jetzt erstmal eingepackt. Machen wir es mal so. Das lasse ich jetzt bei. Das nächste Fenster, was halt kommt, wird halt einfach verlagelt. Den Film können wir noch uns mal anschauen. Ach schön, der Kreuzschlüssel. Das ist ja geil. Das finde ich gut. Ja, someone lose the key. In Resident Evil wird viel verloren. Schlüsselkarten, Schlüssel und ähnliche Sachen. Schlüsselkarten und ähnliche Sachen. Äh, so. Okay, alles klar. Hier haben wir noch hier den... Hier holen wir uns noch die Kräuter. Aber wir können auch nicht mehr hoch, ne? Wenn wir jetzt hochgehen, dann bin ich auf dem Dach. Und hier komme ich ja leider nicht rein. Aber vielleicht... Na, okay. Guck mal. Wahrscheinlich muss das löschen jetzt aber aufgrund des Umschaltens hier vielleicht funktionieren. Ja, toll. So. Schnell noch hier den Flusten überfallen. Ja, wer weiß. Wahrscheinlich hat der Hausmeister vom APD irgendwie hier gesagt, ja komm, hier lasse ich jetzt mal ein paar Kräuter wachsen. Dann kommt so ein Typ vorbei. Ich meine, gut nicht, dass das jetzt irgendwie eine Rolle spielt bei so einer Zombie-Apokalypse. Aber welcher Penner hat meinen Rosmarin geklaut? So, okay. Mal schauen, was passiert. Sehr schön. Alles klar. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass ich den mitnehmen kann für den Wagenheber in einer... Bibliothek. Aber niente. Wieso ist hier überhaupt hier abgestürzt? Wer bist denn du? Oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja nicht so geil. Komm, verpiss dich mal schnell. Komm mal schnell ab. Kann ich ins Menü? Ja, kann ich den legen oder... Klare Antwort. Ja, das war auch anscheinend der charmante Typ, der vorhin durch die Wand gefasst hat. Oh, jetzt sag mir nicht, dass ich den wie Nemesis hier ständig am Arsch habe, ey. Okay. So, das war doch... Warte mal. Kurz mal guckt. Chefbüro. Mal hier, mal schnell hin. Ich hoffe, wir haben die nicht so schnell jetzt im Schlepptau wieder. Mal hier, mal hier. Mal hier, halt, hat sich gerade danach. Mal hier, halt, hat sich gerade danach. Okay, gut. Wir hören uns jetzt erstmal. Nein! Warte, der kommt doch. Ich hör' doch. Ah, wir haben's unten. Okay. Zweck mal. Oh, das war so gut. Ich hab na. Oh. Ma, das war nicht. Das war es mir nie. Ja, es war nicht so. Gott! Schmuckkästchen, aha, okay, alle klar, den hätten wir auch geklärt. So, stopp, ich muss erst mal, okay, alles klar, irgendeine ominöse Figur ist hinter mir her, aber ich muss erst mal Konfessionsbericht lesen. Und hier sehen wir auch die Kombination, sechs Links, kann der drin? Okay. Datum, 14. August 1998, Ort APD, Wartezimmer 2F. Konfiszierungsgrund. Verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spürte er den Verwirrten. Er wurde verhaftet, eine Notiz in seinem Besitz wurde konfisziert. Anmerkung. Es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre, ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhörniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Ja, das ist wirklich dämlich. Da ist ein Papierfetzen an einer Plastiktüte. Ja, okay. Hey, also das erhöht tatsächlich gerade wirklich übelst meinen Thrill hier irgendwie. Dass der hier irgendwie rumläuft. Irgendwie, ich denke wirklich, der kommt jetzt hier gleich rein. So, wozu müssen wir denn hier jetzt aber... Oh, guck mal, da ist ja noch... Da ist er ja noch hier, warte. Okay, ich würde ja erstmal sagen, wir gehen mal hier aus dem Ostblock... Aus dem Ostblock gehen wir mal raus. Und wir müssen hier mal irgendwie rüber, um uns den Safe anzugucken. Oh, fuck. Ja, das fand ich so gut. Das war nicht so gut. So, umdrehen und verpissen. Ah, da hätte ich jetzt mal nachgehen können. Das ist ja schön gewesen. Alter. Oh, ho, 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 ho. Scheiße. Scheiße. Okay. Also. Das war sechs. Zwo. Elf. Mündungsbremse. Okay. Cool. Ja, naja, haben wir einen Panzer, wenn wir fertig sind. Schön, dass wir das noch auf jeden Fall machen konnten. Oh, krass. Und? Kommt der hier auch her? Marfa, zasten du dazu. Okay, alles klar. Alles klar. Sorry, Marfa. Ich beende das, Lieutenant. Versprochen. Ey, Alter, was? Oh. Der ist ja mal ein vehement, nerviger Typ, Alter. Krass, aber dass der auch in die Safe-Rooms kommt, das ist heftig. Irgendwie, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, stimmt. Äh. So. Ich brauche... ...den Film. Ah, okay. Echt jetzt? Schon wieder am Start, der Typ. Okay. DCM. So. So, was ist, was ist der Plan? Was ist der Plan? Ah, hier. Wir können in den Akten raumen. Wir können in den Akten raumen. Scheiße. Das ist doch mal eine richtig blöde Sache. Nein, Alter, das ist jetzt nicht gut. Und das war gerade mein Messer. Okay, scheinbar momentan ein bisschen auf, aber... Oh, du kommst, ich gehe. Scheiße. Ah, Messer nehmen wir mit. Danke, tschüss. Okay, Kumpel, lacht nach, lacht nach, lacht nach. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, kämpft er jetzt gerade gegen den Licker? Eine Granate. Warte, was haben wir da? Oh, hier haben wir den Hebel, ne? Werkzeug. Nicey spicy. Oh, fuck, ey. Oh, der stresst mich jetzt gerade richtig, der Typ. Okay, jetzt sind wir normale Zombies. Okay. 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 Oh, der ist ja noch nicht schön. Und... Der könnte schon wieder voll. So, dann machen wir mal so. Benutzen. So. Okay, er scheint wirklich gegen den Licker zu kämpfen. Das finde ich gar nicht mal so blöd. Gut. Äh, eh mal jetzt noch. Wahrscheinlich. Einmal wird es noch halten. Dann so herausnehmen. Die kommen jetzt mal mit. Ist Turmmunition. Ja, auch nochmal aufgestockt. Das ist ganz gut. Ah, genau. Wir... Das rote Juwel. Kombinieren mit der Kiste. Die Polizeimarke. Die Polizeimarke. Damit kommen wir runter in die Tiefgarage. Wie kommen wir denn? Ja, nein. Boah, fuck. Den verstauen wir mal. Das grüne Kraut nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Tja, wozu brauchen wir das? Jetzt sieht es aus. Jetzt hört es jetzt irgendeine Machina. Hm, 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 hm. Ah, vielleicht. Vielleicht im Keller, wo wir auf den Birken getroffen sind. Das sah ja alles sehr nach Maschine aus. Okay. Aber anyway. Dann gehen wir erstmal kurz hoch. Und versuchen mal, die Sache in der Bibliothek schnell mal klar zu machen. Ja, das ist echt lächerlich, Alter. Wie schnell der hier am Start ist. Ja, schön, schön, schön. Super. Ganz schön. Na klar. Nemesis kommt hier und ich mach hier Faxen. Schon da? Ja, er ist da. So, wahrscheinlich hat er jetzt aber einfach vorher noch ein paar Shotguns von mir kassiert. Deswegen ist er jetzt mit den verhältnismäßig wenigen Pistolen-Schüssen gerade zu bodenieren. Okay. Und schon läuft er wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, das war wirklich knapp. Aha. Ah, okay. Reparaturplan. Ich hab grad hier sehen, vielleicht können wir da, wo wir... Na, egal. Reparaturplan. Ort, Polizeistation. Westlicher Uhrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Okay. Alles klar. Und hier könnt ihr doch wetten. Bueno. Bitte sag mir, dass das... Ja, also, ja, ja, super. Okay, das kann man machen. Alles klar. Da fehlt's wohl. Was ist denn hier? Was ist das denn? Schießpulver groß. Morgen. Hallo. Ey, bitte lass mir den jetzt hier nicht entdecken kommen. Für mich ist immer so ein bisschen die Frage, sucht der mich? Also, weiß der, wo wir sind? Kommt der definitiv hinterher? Also, hier ist dieses Bedienpanel. Aber wenn ja, bin ich ja einfach nur am Arsch. Kleines Zahnrad. Okay. Das nehmen wir mit. Süß. Ja, das bringt damit nix. Okay. Dann gehen wir mal runter. Und hier ist dann noch das nächste Elektronikteil. Ja, knester, knester. Schön, passiert auch irgendwas. Ist jetzt hier oben was an der Maschine freigeschaltet worden? Ich muss sagen, die wirklich auch. Okay, was passiert also dadurch, wenn hier eine Maschine an ist? Also, wenn diese Maschine an ist. Was betreibt diese? Dann kann ich nicht wieder rausnehmen. Kann ich noch mal runter schießen. Kann ich hoffen, dass ich den jetzt nicht auf die Anlocke. Mann, 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 Mann. Hm? Hm? Oh mein Gott. Ah, okay, alles klar. Gut, wir haben das Zahn einfach nur falsch eingesetzt. Wir. So, hoffentlich sind die Glocken jetzt so laut, dass nehmen sie es davon irgendwie hab ich gehört, dass ich vergesst. Oh, Handale. Okay, also wir haben zwei Elektrolikteile. Ich weiß jetzt nicht, ob es das jetzt ist. Okay, schauen wir mal hier hinten, ob hier noch irgendwas liegt. Ist da eine Tür. Na ja, alles klar. Durch die sind wir ja natürlich gerade gekommen. Ach, ja, nee. Warte mal, Moment mal. Wir müssen ja... Mist, ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal auf die andere Seite. Ist das schon hier oben? Krass, ich hab wirklich nicht gedacht, dass mich Resident Evil doch nochmal so unter Stress setzt. Wahnsinn. Echt? Hammer. Okay, alles klar. So, tatsächlich muss ich jetzt wirklich sehr häufig nochmal die Karte konsultieren. Weil ich die ganze Zeit überlege... Also, okay, alles klar. Hier hinten müssen... Da muss man. Okay. Okay. Nee, warte mal. Da muss man eher tiefer, ne? Ist der hier unten? Hört sich so an, wa? Ist der dort oder er ist ganz oben? Oh, Mann. Dann muss ich den untersuchen. Ja, ja, komm. Dann holen wir uns gleich noch später. Electronic Tile. Ist deckt er? Nein, tut er natürlich nicht. Das ist leider schade. Okay, wir müssen das nehmen. Okay, das hat er doch mal einen schönen Mann-Stopp oder in dem Fall eine Frau-Stopp-Wirkung. Oh, shit. Nein, nicht eine Granate. Nicht doch. Oh, what a waste, ey. Oh. Ne, komm. Oh, shit, ey. Das ist, das ist ärgerlich. Das ist mal unnötig, ey. Scheiße. Warum, weil ich das Messer nicht ausgerüstet habe. Ah, ey. Eine Zombie verschwendet. Ah. Damn. So. Okay, jetzt lass mich kurz noch mal schauen, wo war... Hier muss man hin. Hier muss man hin. Scheiße. 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 Hallo, mein Name ist Steve. Ich verschwinde mir eine Munition. Wie war das denn, Arnie? Wo bin ich denn hier rausgekommen? Wo bin ich denn hier rausgekommen, bitte? Hä? Ah, ich bin hier aus dem Gully rausgekraxelt, wa? Hm. Hm. Ja. 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 Spinnig, war das denn überhaupt hier? Ah, ich sag, ey. Ich komme jetzt gerade richtig dolle durcheinander hier. Nee, doch nicht. Ich frage, wie komme ich da wieder hin? Hätte ich da... Hm? Ach, jetzt kommen wir ja nicht mehr zurück jetzt, oder was? Oder? Oh, hätte ich jetzt etwa mit dem, mit dem Fahrstuhl runtergeheben müssen? Mit dem Medaillon-Fahrstuhl? Weil hier hat er mich doch irgendwie... Scheiße. Hm, jetzt was meinst. Hier muss ich hin. Da. Shit. Ah, okay. Das ist ein Wäscherzer. Okay, gut, dann probieren wir es mal vielleicht irgendwie, ob wir das jetzt mit den Elektronik teilen, ob die zwei Stück reichen oder ob wir mehr brauchen. Ja, dann, ja, jetzt habe ich es natürlich, also von ihm, von dem Typen bekommen wir ja die Karte für den Ausgang der Tiefgarage. Also, so, weh doch nicht so ab hier, ey, wirklich. So, now is the question, is it enough? Ja, it's right. So, okay, mit, hier mit drehen wir. So, das sieht mir noch nicht ganz so richtig aus. Okay, alles klar, ich muss aber jedenfalls drehen. Gut. So,, okay. So, okay. So, okay. Dann haben wir also den Parkausweis. Das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kauen Sie, Annette, das interessiert auch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? ...und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Okay. Transkribiertes Interview. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte um das Waisenhaus. Ich finde... Okay, alles klar. Gut, letztendlich ist das... Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht vorlesen. Weil das war das, was wir gerade gehört haben. So, und jetzt... Warte, wenn mir gleich richtig auf den Tinsel gehen wird, hier drin. Ben's Notiz. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Die ultimative Biowaffe. Von den Mistkerlen in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier rumwandert... Die habe ich ihm wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Und? Klopapier? Ah, okay, cool. Ein Heilspray. Ein Heils... Heilspray. Okay, das... Ja. Nein, nicht noch mit Alarm, ey. Äh, cool, cool, cool. Nicht cool. Komm schon. So, aussieht wie viel wie groß er. Aber ich habe keine Zeit. Hau dir ab. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ich schätze, du hast die Karte? Ja, und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Möglich. Krass. Einfach krass. Okay, gut. Also, wir werden es so machen. Wir werden hier wahrscheinlich einen kleinen Cut machen. Ihr werdet das jetzt nicht mitbekommen. Ich will jetzt nochmal schnell zurückgehen. Ich will nochmal schnell zu dem Drei-Medaillon-Aufzug. Und ich will die Polizei-Badge benutzen, bevor wir jetzt hier weitergehen. Wenn das geht. So, hi Leute. Ich bin wieder zurück in der Tiefgarage. Ich hatte folgenden Plan. Ich wollte mir nochmal mit der Polizei-Badge, die ich hatte, oben Zugang verschaffen, bei dem Stars-Büro. Und als wir mit dem Fahrstuhl, mit diesem Medaillon-Fahrstuhl runtergefahren sind, haben wir unten, wo wir die Treppen runtergegangen sind, eine Kiste gesehen, wo ich wahrscheinlich die Badge hätte einpressen können, irgendwie, um an irgendetwas ran zu kommen. Das Problem ist, ich komme nicht mehr an den Fahrstuhl ran. Und ich hoffe natürlich sehr stark, dass ich im späteren Spielverlauf dann auch mal hinkomme. Deshalb bin ich jetzt auch nicht hoch ins Stars-Büro gegangen und habe die Magnum geholt, sondern bin wieder zurückgegangen. Also, wir sind genau wieder an dem Punkt, wo ich vorhin... Das ist ja endlich das verdammte Tor. Ich habe euch zurückgelassen. Also, weiter geht's. Der sieht schon wirklich schick aus, der an der im Trench kommt. Naja, der Ganshop Kendo da vorne, ne? In jedem einzelnen Spiel versuchen wir die Welt zu retten. So, ja, hier kann man natürlich auch wieder viel übersehen. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht viel übersehen. Oder anders gesagt, ich hoffe, hier ist nicht viel versteckt in dem Moment. Aber halt natürlich so ein Räumpanzer, was natürlich auch eine geile Sache war. Den hätten wir mal bei Resident Evil 3 gebraucht. Ah, die Baustelle. Okay, cool. Wir gehen durch den Kendo-Shop. Oha, ja, alles klar. Bei unserem letzten Besuch sah es noch ein bisschen besser aus. Der letzte Besuch war bei Resident Evil 3. Der muss ja dann anscheinend ein paar Stunden rein chronologisch davor gelegen haben. Da sah es hier noch nicht so beschissen aus. So, was haben wir hier? Uh, langer Lauf für die W870. Na, bitteschön. Oh, und schon nutzt das Ding zwei Slots. Das ist natürlich auch eine krasse Sache. Aber es wurde sehr vorteilhaft. So, was haben wir hier? Brief an den Ladenbesitzer. Kendo, du hast bei deinen Gründen zu bleiben. Ich hoffe also, dass du gut auf dich aufpasst. Wenn sich jedoch die Dinge verschlimmern und ein anderer Weg sich verschließt, weißt du, wo du mich finden kannst. Ich werde alles tun, was ich kann. Jill Valentine. Ja, man konnte ja schon, es wurde ja leicht angedeutet, dass da ja doch eine Verbindung zwischen denen herrscht. Also, die sich auf jeden Fall kennen. Die sind sich jetzt nicht ganz fremd gewesen. Irgendwie tief diese Freundschaft... Nicht bewegen. Ich werde dir nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte sie jetzt, die Waffe zu sehen. Ich höre durch. Sie werden sich jetzt um und gehen so wieder raus, wie sie gekommen sind. Ich glaube, ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ja, ist sie nicht noch. Lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Bin hier. Okay? Die verfluchten Dinger da draußen. Das tun die uns an. Sie sind Kopf. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Sie war unser kleiner Engel. Mommy. Mommy schläft schon kleines. Okay? Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Na ja, kannst du auch gleich, dass die wehren und stecken irgendwie. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Hm. Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission, es steht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Ja, das war ja gerade elementare Anteilnahme. Ja, also, puh. Oh. Arme Sau, ey. Wirklich. Also, das wünscht man ja, ein Jahr käme irgendwie. Aber ehrlich gesagt bin ich erstaunt, dass ich halt nur ihn schlussiert habe und nicht zwei. Also, was. Ach Gott, nee. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Wir haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die zurchtbaren Dinge hier. Was ist denn das? Ja, sorry Leute. Hat mich jetzt irgendwie doch... Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Sobald so Horror, also generell so ein Horrorfilm, sobald es da irgendwie mit Kindern, das ist nun ja nicht meins, da bin ich... Oh, nee. Da wischt mich dann immer ganz kalt. Und ist auch jetzt nicht wirklich da. Ist auch keine Unterhaltung mehr für mich da. Das möchte ich einfach nicht sehen, so weit. Muss nicht sein. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh. Hm. Okay. Gut. Kurz nochmal einen Kraftschluck nehmen. Hm. Na denn. Mal schauen, vielleicht. Treffen wir auf die Turtles. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale. Führt das direkt zu Umbrellas geheime Anlage. Komm schon. Die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Ja. Ja. Okay. Alles dicht. Alles zu. Erdbeben knohen, aber nicht so, glaube ich. Ist das wieder hier Dolph Lundgren? Oh. Stolenmunition, die nehmen wir natürlich mit. Spürt man ja nochmal am Klo runter. Was zum Teufel. Ich gebe ab. Ich entsinne mich. Im Original. Stimmt. Ach, der Teich hat nur total verjessen. Ach, oh Freude. Oh Freude. Na toll. Okay. Gut. Oh, was haben wir hier? Wir haben eine Schreibmaschine. Ja. Sollte man sich mal überlegen, irgendwie, welche arme Sau wird hier unten hingesetzt, um zu schreiben. Welcher, welcher Schrittsteller hat diese perfide Art und Weise zu sagen, so ich kann in Kanalisation am besten schreiben. Hier nehme ich meine Schreibmaschine mit hin. Hier, hier schreibe ich mein nächstes Meisterwerk. Okay. Granate. Ich nehme die Granate mal ruhig mit, irgendwie. Okay. Weiter geht's. Ach, der Scheiße. Wie? Du kommst nicht mit? Du bleibst da? Ich bin die. Ich gehe doch hier nicht alleine lang jetzt. Ah, da kommt's an. Okay. Ja. Nochmal Patronenmunition. Patronenmunition. Nochmal. Pistolenmunition. Matilda. Wir sollten einfach gehen. Wir sollten einfach gehen. Oh, scheiße. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Kann nicht der, kann nicht der beste Weg sein, um Kloacke zu springen. Warte da. Na, so ne Scheiße. Oh. Ja. Wart, 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 wart. Iiiiih. Wart zu tun? Oh, oh, erhast mich. Nein, 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 nein. Halt ab der Scheiße! Geh weg, geh weg, geh weg. Zack, weg. Zack, weg, weg. Ich will keine... Nein! Deshalb werden keine Tiere in der Toilette runtergespült, Freunde. Sie sind tot. Hm. Ach, so ein Käse. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Ich überspring mal. Und renn gleich. Scheiße, 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 scheiße. Das ist ein jederlicher Riesen-Origal-Augerator, ey. Das ist ein scheiß Klischee. Ah, oh, die Ollas. Überrennen. Oh, 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 still. Still. Nein, lass mich, lass mich, lass mich. Nein! Nein, 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 nein! Geh, tschüss! Oh. Ho, 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 ho. Wie granat? Wunderbar. Gehen die mal mit? Das war ja gerade mal ein Ding, Alter. Ja. Ach, es gab einen anderen Gang noch. Komm einfach hoch. Bist du dir sicher, dass das der beste Weg ist? Aber klar doch. Ja, krass. Ekelhaft. Hab ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, deswegen... Ja, hab ich mich jetzt gerade mal ziemlich kalt erwischt mit dem Vieh. Oh, nee. Nee. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du hast mich nicht gewarnt. Das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Ich bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. So. Ich glaube, die Sonnenbrille kann es jetzt auch abnehmen. Muss ich sehen. Und? Keiner drückt den Knopf? Okay. Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war. Annette ist viel gefährlicher. Finden wir hier irgendetwas? Gibt es hier irgendetwas? Ein paar schöne Kubitene? Nö. Widerschriftsteller in der Sau hier. Ansonsten. Ich bin schon, oder? Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Hm? Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Stopp! Eka! Sie kriegen das G-Virus nie! Wie überrascht für eine Forscherin. Leon. Kümmer dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Oh. Ja, haben wir wohl eine Kugel gefangen. Ich bin direkt vor der Einrichtung. Und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Ah. Okay. Sie entkommen mir nicht. Wir spielen Eder. Irgendwie. Und haben gerade anscheinend mit unserem Auftraggeber gesprochen. Wer von euch kennt noch die Kindersehe Rolf und Rüffel? Ja. Immer wenn die Kinder gespielt haben. Und die Eltern gesagt haben, wir müssen jetzt mal Schluss. Hing die Tür auf, eine Hand kam raus. Und dann kam mir noch diese... Ja, okay. Kleiner Funfact. Also, ist schon... Also, Eder ist schon schön gemacht. Irgendwie ist schon eine kleine Augenweide. Na? Die kleine Lotusblüte. Okay. Was haben wir bei ihnen? Wir haben gar nichts, Alter. Wir haben eine Pistole mit 9 Schuss, ey. Da hat die Windsaioke im Boomtop. So. Finden wir jetzt hier noch irgendwas. Ich würde gerne noch irgendwas finden. So, wir gehen eine Leiter hoch. Und was soll ich mir da rum den Ventilator angucken? Nein, was? Komm ich doch nicht durch. Was hat denn? EMF-Visualisierer. Aha. Kabel aufzuspüren und elektrische Geräte zu hacken. Aha. Das ist man aber nicht original. Zeit für die Spezialwaffe. Aha. Alles klar. Wir übersteuern die da durch. Und machen die, glaube ich, kaputt. Ha! Cool. Cool. Das ist ja nice. Das ist ja eine schöne Sache. So. Ist hier noch irgendwas? Bist du ein Terminator? Nein. Musst du nicht. Wo geht's da hin? Hier geht's nirgendswohin. Hier, platz ist ohne Flur. So. So. Du. Wirklich. Wirklich alles. Okay. Gut. Na dann, klettern wir mal die Leiter hoch. Nichts leichter als das. Hm, 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 hm. Hat schon was. Hat schon was, der der zu spielen. Also, sieht schon wirklich... Iiiiih! Iiiih! Käfer! Iiiih! Ja. Also, ey, das sieht schon toll aus, ne? Also, schon sehr elegant. So. Kann man hier, das... Nee, kann man nicht. Oh, wir müssen mal hin. Oh, das wird riesen Schnaken. Okay. Okay. Also, man kann noch Weichen damit umstellen. Gehen wir vielleicht ein bisschen weiter weg. Nicht, dass ich hier Damage nehme. Irgendwie, wenn ich das Ding kaputt mache. Die Idee ist schon wirklich cool gemacht. Aber okay. Also, es war im Original nicht so damals. Wie wir zwischen mir. Ach, shit. Neun Schuss ist natürlich halt... Damit kommt es hier ja nur hier überhaupt nie weit. So, was können wir da noch öffnen? Ah, okay. Also, die Weiche umstellen. Nee. Alles klar, haben wir gemacht. Fünf Schuss nur noch. Ah, September Inspektion. Erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt eine Ersatz-ID-Armband. Ach, Mann. Damit wir in bestimmten Bereichen eine Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also, sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Google schieben. Es... Eigentlich müsste man dafür ein Wort finden. Irgendwie das Silent... Äh, Silentin sag ich schon. Äh, das... Ja, weiß ich nicht. Irgendwie. Resonant Evil-Syndrom. Irgendwie. Das ist... Für... Egal welche Schließeinrichtung. Es gibt nur... Es gibt nur einen Schlüssel. Der ist verloren. Äh... Egal ob eine Schlüsselkarte, ein Schlüssel... Ein... Ein Armband hier anscheinend. Es gibt immer nur eins. Es ist doch... Es ist doch lächerlich. Warum... Warum wird da nicht gleich mehr bestellt? Okay. Zwölf Schuss. Äh... Siebzehn Schuss ist auch nicht viel, ey. Ah, toll. Tja, dann schauen wir nochmal, was wir jetzt hier unten finden. Hier unten wird es mit... Ah, fristig's doch. Scheiße, irgendwie... Oh, Mann. So, haben wir jetzt aber Glück gehabt. Okay, was macht der? Was macht der? Ein bisschen Munition. Die nehme ich natürlich mit Kusshand. Was haben wir hier drüben? Was ist das? Wo ist das? Nyaaah. Flashbang. Okay. Hier wird jetzt mal ausgerüstet. Fantastisch. Ah, okay. Ah, okay. Ah, ja. Ja, ja. Schau mal, ich jetzt... Oh, ich habe jetzt gerade nicht gesehen. Ja, ich sage mal, mit so einer Remunitionszahl würde ich jetzt einfach, glaube ich, mal eher gerne die Leute umlaufen. Aber wahrscheinlich sollte ich dafür auch jetzt nicht in irgendwelche Sackgassen laufen. Ah, das ist so blöd. Okay. Fahrstuhl, die macht den Farmer auch mit. Okay, wo ist denn der hin? Vielleicht noch da. Ja, wen hast du denn? Oh. Oh. War der jetzt hier gerade irgendwo? Und? Hat's funktioniert? Was? Wie? Oh. 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 Nicht doch. Oh shit. Warum ist das Ding? Unsere ganzen Tipps hier noch mehr? Oh, nee. Nicht doch. Bitte nicht. Oh. Nicht doch. Ja, das finde ich ja nicht gut, oder? Das finde ich ja nicht gut. Was war denn der Typ jetzt hier drin? Oh, oh, oh. Schnell. Hau ab. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendwie in dem Raum gelassen, was wichtig war, aber das, ey, Mr. X ist jetzt hier am Start. Nö. Nö, das muss nicht sein. Oh. Kommt der mit? Der bricht da jetzt hier bestimmt irgendwo durch die Wand. Ich sehe doch, komm. Ah, okay. So, scheinbar ist äh... Äh... Eher da passionierte Leitungssucherin. Ja, speichern. Will ich hier mal gut finden. Ah! Hallo, kleiner Mann. So, okay. What should we do? Geht man vielleicht mal eine Etage höher? Aha. 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 Steinpult. September Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband, singular, wo ihr merkt, können wir endlich mit unserer Inspektion des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über die Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick darauf werfen. Aha. Okay. Okay. Schauen wir mal, müssen wir da rein. Ist das jetzt der Verbrennungsofen? oder was? Nein, nein. Ich darf da nicht rennen. Nein. Ach nee, mach das nicht. Ja, doch geht. Alter, ist das. Okay, ich zeig jetzt jemanden. Ah. Okay. Ja, gut. Das ID-Armband. Ja, ne? Von wegen Sperrmüll. Hm. Es war so klar. Es war so klar. Was müssen wir jetzt machen? Oh, fuck. Oh, fuck. Du Scheiße. So ein Rumier-Puzzle hier. Oh, steh, 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 steh. Nein, mach weiter. So. Okay, rüber. Zop, 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 zop. Oh, nein. Ich muss was. Ich konnte noch. Scheiße. Das Miststück weiß, was sie tut. Alter, was sind denn bitte das für Verankerungssprenger gewesen, ey? Das hat so eine Stahl hier da rausgeflangt. Krass. Okay. Kommen wir jetzt. Alles klar. Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte uns zu diesem Datum zurückgeben. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr vergessen. So, da geht's hin zurück. Ich glaube nicht, überflackende Neonröhren irgendwo. In irgendeinem unterirdischen Bau. So, wo finden wir hier irgendwas? Die Sackgassen sind ja auch immer bestens prädestiniert, irgendwas zu verstecken. In dem Falle nicht. Schade eigentlich. Aber ich komme nicht umhin, einfach mal wieder der Grafik hier wirklich nochmal mein Kompliment auszusprechen. Irgendwie. Das sieht halt einfach geil aus. Das ist halt... Also... Da ist schon... Crème de la Crème. Hallo, Bauinspektion. Da haben wir auch mein Sicherheitskleid an. Scheiße. Da hat sich ja schon am schönen Urgarten unten aus, ey. ... Schluss. Mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Was ist der alt? Nimm noch den Zweifel! Liegt irgendwo angeschossen in einer Pampa wegen dir. Oh, da hat jemand noch mal die Toilettenspiegelung benutzt. Annett war noch mal Pipi machen. Und wir haben wieder die Kontrolle über Leon. Okay, was hier hat jetzt hier... Mr. X jetzt die Leiter kaputt gemacht? Oder wie, wie kam das? Hat sich eher ein bisschen zu doll abgestoßen? Hm, okay. Na so, wir kommen bestimmt über den Fahrstuhl hier, ne? Ach der Mantel, guck mal. Auch wenn wir ihn mitnehmen für Sie. Gentlemen, wie wir sind. Ja, okay. Können die Fahrstuhl nutzen. Das ist ein kurzer Fahrstuhl gewesen. So, Schreibmaschine. Hier ist er. Die packen wir jetzt mal aus. Der Rest nehmen wir mit. Nee. Bitte nicht. Überall bitte hängen bleiben. So. So. Etwas zum Sammeln. Zum Finden. Irgendetwas. Das sind die Schweine versteckenden Jane hier irgendwo. Auf irgendeinem Podest. So einen kleinen Wackelkopf oder und sowas. Ich meine, überhaupt... Werte definitiv eh nicht alle finden. Aber... Man versucht natürlich alle... Die größtenteils natürlich die mitzunehmen. Ah, die man eh jetzt so findet. Das ist so ein total sinnloser Satz gerade von mir gewesen. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Die, die du da siehst, knallst du weg. Und man guckt ein bisschen links und rechts, aber... Oh, Alter. Oh, pfff. Man muss sich jetzt bitte mal vorstellen, wie das hier stinken muss. Okay, was ist denn hier? Wo ist noch mal da? Ah... Hier fehlt uns an Teilen hier so ein Schlüssel. Schraub, Schlüssel, Dingens, Bummens. Oh, wie, Alter. So. Schauen wir noch mal. Blick auf die Karte. So weit, wie das Auge reicht. Bis hier vorne. Tja, links oder rechts. Ich gehe mal in den dunklen Gang. Weil hier ist die Luft ein wenig besser. Ah, wie schön. Shotgun-Shells. Zwei Stück. Wow. Wo denn? Ach, hier oben sind die bestimmt. Ah, okay. Hier noch was? Schau mal. Nö. Es gibt nichts Schönes, als Müll in der Kanalisation zu durchwühlen. Ach, Scheiße, Alter. Ja, okay. Nö! Es ist einfach verschreckt. Ah, den habe ich jetzt ja gerade nicht kommen sehen. Weil hier gerade so von, äh, den UBCS, äh, Typen verlenkt. Digitale USS Videokassette. Mhm. Super cool. Ist die auch zurückgespült? Ansonsten gibt das eine D-Mark Strafe. Ja, die haben sie echt fertig gemacht hier, ne? Ob das jetzt schlimmer an der Sache ist. Wo sind denn die Waffen? Anstatt sie hier mal irgendwie so... Naja, du kannst mal da unten weiter rumholzen, wie du willst. So, hier ist abgeschlossen. Schade. Hier macht Bernd, hier macht noch ein Nickerchen. Elektro-Teil. Cool. Oh. Nicht cool. Ah. Okay, nochmal. Alles? Na toll, Alter. Genial auf der Matte, oder was? Ja, 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 ja. Kleinen Moment. Kommt das Ding jetzt wieder zurück. Scheiße. So, das sieht mir auch zu aus. Ah, hier kommt er noch. Okay. Äh, ja, hm. Also. Was haben wir hier? Another knife. Die kann man nicht stacken, oder? Nö. Doppelmesser. Hallo. Sind hier ettweilige Zombies, oder Andere, ich... Geht um ihn zurück. Gucken wir hier nochmal. Ah. Es sieht alles so eklig aus. Was? Was? Ist das nicht so eklig aus. Um, jetzt, bitte. Eeeh. Wir können... Äh. Eeeeeh. Was ist denn das für ein Geräusch? Blaues Kraut, nehm' mal mit, hier brauchen wir hier so'n Schnulli-Dingsbums. Was? 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 Hmhm. 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 Oh, I da vorne. Oh, was war hier? Ah, nun mal das jute Pömer. Den nehmen wir natürlich mit. Also, ich hab' jetzt mal ne Theorie. Was heißt denn Theorie? Ist das ja nicht. Ich hab' aber von ner Theorie gehört. Und zwar, äh, äh, ich hab' nur ein Chat oder irgendwas gelesen, ähm, dass, ähm, in dem Teil, in den Kanalisationszweigen, so'n Pendant zu Lickern unterwegs sind. Die quasi halt, die die nicht sehen können. Muss halt bloß leise sein, irgendwie. Und ich würde mal vorsichtig sagen, also, die könnten's sein. Und ich bin jetzt mal ganz wahnwitzig, ich würde mal versuchen, mich dran vorbeizuschleichen. Okay. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist eine geschissen Idee, Alter. Okay. Ui! Blüte Idee. Ganz blüte Idee. Das war scheiße. Das war scheiße. Okay. Okay. Shit. Ja, war, ne, hat nicht funktioniert, die, die These. Ach, so ein Dreck, ey. Das hat jetzt Hüt-Munition gekostet, da hat der Spaß. Oh, ist das, ey, es ist widerlich, einfach egelhaft, ey. Oh, ey, der große. Kitt. Oh, 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 oh. Sind wir vergiftet? Das sieht erstmal nicht so aus, ne? Aber ich darf fragen, wie sieht es eigentlich aus, wenn man vergiftet ist, steht den Schrank über Gift immer da, ne? Ach, die Scheissstandselbahn. Interessant. Eih, warum baut man denn so eine autarken Konstrukte irgendwie jetzt? Ich glaube, das ist dieser Drehgriff, den wir vielleicht brauchen. Schauen wir mal. Jetzt erst mal zu lesen. E-Mail an das Umbrella HQ. Dr. Ones im Nest jagt einen Alarm den Nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Dr. Ones, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausversichere System ist gar nicht angesprochen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichem Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Dr. Ones, Sie, Sie waren das von Anfang an vielleicht? Wo ist sie denn hin? Okay, haben wir nicht? Wissen wir nicht? Du, 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 du fahren. Also den Track mochte ich halt auch sehr am originalen Soundtrack. Ist auch so ein bisschen chillig eigentlich. Ich nimm so ein bisschen so die die Anspannung raus. Aber macht auch die Atmung nicht ganz kaputt. Guck mal hier ran. Was ist das? Kann man da was machen? Nein. Komm nichts. So, okay. Hallo? Hört sich gar nicht gut an. Komm schon. Ada! Hör mal bei der Knot. Oh, warte mal. Eine Karte. Karte der Kanalisation. Das ist natürlich geil. Oh, da liegen noch Munition drum. Alles klar. Alles rum. Erst mal. Erst mal. Monschill. Komm mal. Ich könnte mich hier brauchen. Schreibmaschine. Broschüre der Kanalbaufirn. Großwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre in der Kanalisation der schönsten Stadt unseres Landes arbeiten zu dürfen. Stets mit unseren Grundprinzipen der Freude an der Arbeit und des überlegenen industriellen Designs. Wir bei KCC glauben, dass unser Design keinesfalls unterirdisch sein muss, nur weil wir unter Tage arbeiten. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame, prächtiger als ein Sprenger, gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Ich freue mich stets darauf, Sie vor Ort zu treffen. CEO der Knights Construction Company, Ehrenmitglied des Welt Schachverbands, ehrenamtlicher Berater des Raccoon Schachclubs, ehrenamtlicher Leiter der Fischer Schachfreunde. Arby Fischer. Oh, was für ein Rotz, Alter. Echt, ja. Oh, was haben wir da? Ah! Können wir? Ja, können wir. So ein Schachcrack. Na, fuck. Kommt, die Ratten machen Sie sofort drüber her. Das Virus. Ich wette, die Ratten verbreiten müssen. Ja. Tja, da haben wir auch gesehen, wer die UBCS auseinandergenommen hat. So. Kiste. Hier haben wir eine Kiste. Verstaunen. Äh, Verstaunen. 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 Das packen wir auch noch weg. Wir haben ja noch Armeeshaal hier. Armeeshaal. Das haben wir uns nicht hier ordnet. Und, was wir aber machen, wir gönnen uns mal... Das gönnen wir uns mal. Bumsweiler. Verstaunen. So. Einmal Kräuter naschen. So. Und uns geht's besser. So. Was hat denn? Ah, okay. Okay, alles klar. Der Typ aus dem... Äh... Also, der Designer dieser Kanalisation ist ein großer Schachfennig. Wir sind mal vorhin gelesen haben. Und anscheinend sind die Schlüsselelemente Schachfiguren. Okay, aber... Das ist der Springer. Dann wird wahrscheinlich der Springer hier. Ja. Und wir haben aber noch keinen anderen. Was haben wir hier? Öffne eine Tür zum U-Bereich. Ich habe bei dem letzten Irren-Transfer das Ding verloren. Und mir steht... Was? In dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß von noch, dass man an jedes Terminal einen Stecker stecken muss. Aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, so sei er doch bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Aha. So. So. Und Springer an der Seelen Wand. Aber dann noch andere. Was hat hier? Das ist der Springer. Okay. Was ist denn da? Hören wir den Bauern. Ja. Okay. Scheißegal. Kann man hier erstmal irgendwo reinstecken. Hier haben wir die anderen noch nicht. Wir müssen erstmal finden. So. Um hier weiter zu kommen. Die Frage ist, achso, hier ist noch eine Tür. Videorekorder. Ja, aber die haben wir nicht benutzt. Oder? Warum wird doch uns das nochmal so angezeigt. So. wir werden wahrscheinlich noch andere Videokassetten finden. Eine Hebelchen? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Der baut sich denn? Der macht so ein... Der macht so ein Design. Das ist doch... Also. Mann. Das ist doch blöd. Da geht noch wieder. Okay. Das ist mir die Ecke. Ah. Warte mal. Ich glaube, hier kommen wir jetzt an. Nimmst'n... Nimmst'n... Nimmst'n Schraubgriff ran. Jawoll. Jawoll. Geil. Das ist natürlich Hammer. Okay. Das hat noch Eder. So. Was haben wir hier? Mitten im Dunkeln. Lieferschein. Folgender Artikel wurde an den und ihre Bestellung angegeben an Ort geliefert. Ein hitzebeständiger Tresor. Die Kombination ist damit keiner an der Seite des Tresors vermerkt. Okay. Schön. Bitte bei Benutzung des Tresors entfernen. Geil. Ja, ist halt. Schön. Schön, schön, schön. Na, mal. Machen wir mal... ...die Augen im Tresor offen. Oh, aber hier haben wir noch... ...ein rotes Kraut. Das ist natürlich auch gut. Steht hier drüben nicht irgendwas sein. Ist das echt Tresor? Das ist ein Mauskraut. Okay. Zwei links. Zwei rechts. Zwei rechts. Nein. Mist. Booyah. Oh, ein Kolben. Schrotflintenschaft. Für die W 870. Ja, nice. So, tu mir einfach in die Fallenbleib liegen. Bitte bleib. Nein. Ich kann da nicht einfach liegen bleiben. Oh, okay. So, hier wird nichts. Bier, geht mal. Haben sie hier heimlich einen reingeknallt hier. Gut für die. Gut. Ach du Scheiße. Scheiße. Na, wird er jetzt? Okay. Hier können wir den benutzen und wir tun's. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Ah, was ist denn normal? Bin ich von hier rausgeklettert? Oh Gott. Oh Gott. Nee, ist einfach nicht. Ach du Scheiße. Was ist das? Schlüssel. Okay, ja. Ja, nee, super. Okay. Gut, wir schauen mal weiter hier oben. Oh, das sieht ein bisschen demoliert aus. Das kann man nicht nehmen. Das ist das Ding. Ja. Hm. Ich habe die Schuss. Oh Gott. Oh Gott, ich hab... Nein, ich misse doch nicht schrecklich an. Scheiße. Toll. Ganz so. Oh Mann. Was zum Teufel war das? Oh Mann. Jetzt sind die auch noch Chestbusters. Oh Scheiße. Oh, iiii. Was ist denn das? Oh, ist das eklig. Oh Gott. Alter, was ist das denn hier, ey? Wo sind wir denn hier? Oh ne, nicht die schon wieder. Okay, Elk probiert nochmal. Ich probier nochmal an ihm vorbeizukommen. Okay, funktioniert. Was ist denn jetzt? It doesn't work. So, wo bin ich denn? Wir kriegen ihn hier. Oh, wir sehen das mal hier. Okay. So, es ist ein bisschen zu tun. Ich bin hier. Oh, das ist das. Oh, das ist ein bisschen zu tun. Ich bin hier. Das ist das. Wir werden wiederkommen. Das war's für heute. Ja, die fressen ja ganz schön für Munition, die Freunde hier. Können wir jetzt hier nicht auf Dauer mitmachen, denen Spaß. Oh, hier. Nice. Ich fahre nochmal kurz. Ist das widerlich, wirklich, wirklich widerlich hier drin. Oh, hier drin vorbeischne! Lauer abschloß, loß, 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 hopp, 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 hopp. Verfolgt der ihn auf Land? Ekelhaft, wirklich eklig. Ich bin so eigentlich schon gewohnt an Monster, aber das ist ja wirklich ekelhaft. Schämt euch, Capcom. Oh, ma, 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 ma. Oh. Oh, stimmt, man kann ich nicht auch. Ne, man scheint nicht dran. Musik. Musik opfern. Kling! Ob man wohl dafür bekommt zum Schluss. Unverhältnismäßig viele Pflanzen hier. Im Untergrund, wo keine Sonne scheint. Aber gut. Beschwere ich mich? Nein. So, jetzt haben wir auch oben. Oh, was ist denn da? Ist das nicht? Ist das ein Flammenwerfer? Nice. Geil. Oh, was haben wir denn da? Sehr schön. Das ist die Dame. Das ist Bratzujam. Hm, ohne schön. Okay, nächste Pflanze. Ich muss hier wirklich jetzt... immer gleich kombinieren hier. Aus Platzgründen. Äh, okay. Gibt es da noch was? Okay. Also. Kann man da bitte so ein Schlüsselsystem implementieren? Hier mit Schachfiguren. Also. Da muss ja wirklich ein großer Schachfängig gewesen sein. So, hier brauchen wir einen König für. König haben wir nicht. König haben wir nicht. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. 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 Doch, hier ist König. Hallo, König. Komm mit, König. Tür ist zu. Und? Okay. Jetzt können wir hier runterhüppen. Ja, sauber. Okay, alles klar. Kommt jetzt hier der König hin. Ja. Chemischer Flammenwerfer. Hallo. So. Nice. Schöne Ding. Aber auch wieder als wie Plätze weg, wa? So, okay. Warte mal. Bambu-Look. Das Gute. Wir öffnen es. Irgendwie muss ich ja auch die Schachfiguren mitbekommen. Und hier ist jetzt gerade alle dicht. Das ist nicht so schön. Wir gucken jetzt hier durch. Und die Frage ist jetzt, äh, die nehmen wir mit. Wir gucken jetzt hier hin. Um rauszukommen. Gut. Ah, alles klar. Cool. Aha. Sehr schön. Alles klar. So, dann haben wir uns hier wieder die Dame. Und hier. Den König. Oh, Zicke. Muss ich hier zurück, ey. Das sind jetzt bloß die Schlösser, die angezeigt sind, ne? Oder? Ja. Steckschloss. Okay. Alles klar. Ach, wie. Na, schön. So, ja. Schön. Ein guter Munitionsmangel hier. Ja. Also, wenn ich jetzt hier. Gut, das ist meine Chance. Ich würde mich auch hier überwäsche. Oh, blöden ja leicht. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Das ist doch shit, Alter. Alter, das ist jetzt eh im Arsch. Okay, vielleicht kriege ich dich jetzt so lange abgelenkt, dass du mich nicht mehr nützt. Nein, guter nicht. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Nein. Nein. Na, scheiße. Wir sind vergiftet worden. Ja, ist nicht gut. Nicht gut. Okay, na gut. Aber. Gott sei Dank haben wir genug davon da. Und. Wir sind durch. Okay. Äh. Babababababa. Vier Schuss. Okay, wir könnten da hoch und wir könnten da lang. Wo wollen wir denn am besten? Wo müsste man dann wieder? Hier, wir müssen dann lang. Ach, und die stehen hier wieder. Schleiß, das ist doch nicht lang. Heilkraut, das nehmen wir natürlich mit. Wo könnten wir denn hier hin? Hier sind wir ja. Hey, komm. Einfach weg. Oh mein Gott. Was ist aber hier? Handgranate. Oh, echt? Jetzt sind die hier hoch. Was ist das? Oh. 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 Was ist es? Einfach nur. So, den können wir da benutzen. Okay. Mal kurz momentieren. Haben jetzt Raumaufzug. Nice. Patronen. Schnell mal auffüllen. Okay. Ey, ich hab zwei Schuss für die scheiß Pistole, Alter. Das darf nicht wahr sein. Zwölf Schuss. Oh nie besser. Damit komm ich Univate. Warte mal. Nice. Das find ich ja geil. Hiding Place. Alles klar. Film. Wo sind wir überhaupt? Hm? Ah. Ah, 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 ah. Warte mal. Ich glaube, ich habe auch jetzt für diese beiden Büros Schlüssel. Glaub' ich doch zumindestens. Jaaaa! Hurra! Also, nochmal renn. Okay. Und... Okay. Und... Drei Schuss, zwei Schuss. Ach Gott, ey. Ich glaube, ich muss leider... die sind nicht anders. Muss halt leider so machen. Und jetzt weg gesteckt, Alter. Ist doch mal... Das ist doch mal ein harter Knobel. Benutzen. Nüchte. Ah, Patronen, sehr schön. Okay, alles klar. Ich bin voll, aber den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Dann haut den jetzt einfach weg. Dann kommt der jetzt einfach mal weg. Ah, 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 okay, alles klar. Ich sehe ein gekriegte Buchstaben. Ich sehe ein S, ich sehe ein Z, ich sehe ein F für den Spind. Das Jazz Festival in Raccoon City. Cool. Alles klar. Warte mal da. Hm, schieb, 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 schieb. Moment mal, wo bewegt mich hier gerade überhaupt hin? Ich sollte mir vielleicht hier noch den Stecker mitnehmen. Habe ich noch den, äh, Kapazität habe ich noch. Noch, wo ihr merkt. Und scheinbar haben wir jetzt alle Teile. Kannst du auch? Ja, okay. Ja, geil. Zu dem Punkt wollte ich von... Und da bin ich nicht hingekommen. Nice. Alles klar, dann müssten wir jetzt bloß mal schnell eine Truhe finden. Und ich bin der Meinung, die war hier auch gleich in der Nähe. Wir müssen weiter hoch, ne? Dann ist man ja so in dieses dankbare Büro gekommen. Hallo? Genau. Ah! Alles klar. Okay. Alles klar. Okay, cool. Und brauchen wir... Ja, ist noch benutzbar. Die haben wir hier. Da würde ich mal sagen, das packen wir jetzt erstmal alles ein. Genau wie das hier, das... Das hier haben wir noch... Jawohl. Rausnehmen. Und da sagen wir auch mal kombinieren. Wird kombinieren. 40 Schuss. Damit kommen wir doch erstmal wieder ein bisschen. Das ist sehr gut. Den verstauen wir auch. So, dann packen wir uns halt mal ein bisschen schön. Damit das hier ein bisschen gut aussieht, hier wieder hier. In Butzenhausen. So. Und wir brauchen... Das. Okay. Und dann geht's wieder runter. Tatsächlich... Nee, tatsächlich würde ich jetzt sogar erstmal sagen... Wir gehen ins Starz-Büro. Ja. Genau. Hey, Kumpel. Hey, Kumpel. What? Shit. Licker, ey. Oh, nee. Warte, 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 warte. Nein. Nein. Mann, der soll die scheiß Shotgun nehmen. Na, das war ja ne Hausnummer. Ärgerlich. Okay, gut. Hier schnappen wir uns... ...den Film. ...wier. Ausnehmen. Versteck. Okay. Wir sagen jetzt beide nichts, die Büros. Also, die Schreibtische. Ist da ein Rekorder? Ist da ein Rekorder? Okay. Na gut. Nehm ich jetzt... ...ne normale Packung hier aus. ...teine mich. So. So. Was ist denn? Oh. Okay. Better. So. Und Starspüro. Nicht, dass hier so eine Kumpel rumschleicht. So ein Dicke. Was ist das hier? Ja. Cool. Was ist das denn? Holzkiste? Was ist in der Holzkiste? Untersuchen. Okay. Visier für die Lightning Hawk. Okay, ich glaube die Lightning Hawk ist die Magnum. Wollen wir ganz gleich rausfinden. Geiler USB Stick ey. Okay. Benutzen. Okay. Der Dongle. Mhm. 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 Jawoll. Die Lightning Hawk. Da ist sie Freunde. Da ist sie. So, dann könnten wir ja auch gleich sagen. Kombinieren. Kombinieren. Hallöchen, Popöchen. So, gibt's noch ein Zettelchen? Brief an die Starsmitglieder. An meine lieben Starskameraden. Wie läuft es bei euch in der Station? Müsst ihr euch immer noch mit dem alten Irons rumschlagen? Ich? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, dass wir unter ihrem Ring schon mit... Was wir unter ihrem Ring schon mit drin haben. Okay. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um ein weitere 6 Monate. Barry, wage es ja nicht, mir nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Lass die Beute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield. 29. August. Alle klar. Chrissy. Alter, schwere Nöde. So. Cool. Alles klar. Ähm. Guck mal. Vielleicht haben wir hier noch einen Schreibtisch. Irgendwie. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das wäre ja ein schöner Zufall. But it's not. Okay. Gut. Wieso, 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 wieso. Könnten wir über die Bibliothek runter kommen. Da machen wir das mal. Überall dort. So. Okay. Wie sieht das Menü aus? Gut. Achso. Äh. Man könnte sich jetzt natürlich nochmal die Schreibtische anschauen. Irgendwo, wo noch so ein blöder Ghetto Blaster durchsteht. Aber wo soll der sein? Also hier vorne ist ja nochmal so ein Großraumbüro, ne? Ne. Ne. Das kann man. Hier steht noch hier. Oh. Keine. Keine Ghetto Blaster drauf hier. Ne. Okay. Und das andere war da drüben. Ähm. Quasi, äh, wo Leon seinen Schreibtisch hat. Aber da war auch nicht wirklich, äh, ein Schreibtisch mit nem Ghetto Blaster um drauf. So. Wo war denn das Ding? Mist. Nein, 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 nein. Verschiedenes. Zwischenzu. Uh, Moment, Moment, Moment. Der spinnt in der dritten Etage. haben wir noch die cm ha ok die cm die 10 zwischuss hintereinander ist schon blöd so hier ist aber auch gehen hier ist nur ein ghetto blaster drauf also hier ist es nicht herzschluss hatten wir nicht ok gut dann machen wir mal schnell die dritte hoch an den spät so spinnt die 10 und magnum sehr schön nie ach kiesa machte wer schön gewesen das wäre schön gewesen ich will jetzt wirklich vermeiden miche unnötig kämpfe mit irgendwelchen zombies zu begeben und wie nur um oder noch schlimmer mit likern alter vergeset so so ich würde mal sagen ich gehe zurück zum aufzug und benutze mal die batch an dem zweiten platz wo ich sie schon benutzen wollte so und wenn ihr denn wissen wollt wo der zweite schreibtisch ist also das zweite versteck das wird denn benny rausfinden ne in dem alternativen szenario mit claire so ok verstauen ich hab die magnum jetzt bei eigentlich halt mhhh so fangen wir mal runter ok hmm ok ok so Oh, Schaukasten, Schaukasten, Schaukasten. Da. Spannend. Jetzt sind auch Waffenteile. Nein, hab ich jetzt... Ey, sag mir bitte nicht, sag den... Nein. Oh, scheiße. Okay, ich hab die Bettstecken lassen. Irgendwie, ähm, ja. Wir sehen uns dann mal gleich wieder. So, ich bin wieder zurück, nachdem ich gerade noch mal ins Stars-Büro gelaufen bin, wo ich den Dongle vergessen hatte. Den hab ich jetzt wieder geholt. So, gucken wir mal. Waffenteile. Langer Lauf für die Lightning Hook. Jawoll. Bam. Oh, und gleich zwei Item-Slots dafür benutzt. Aber, ich hoffe, es lohnt sich natürlich. Schauen wir doch mal durch. Wie viel fest die denn jetzt? Sieben Schuss. Na ja. Okay. Kann ich jetzt die Batch... Sollte ich die jetzt hier hängen lassen? Ich nehm sie lieber mit. Wie ist der... Wir brauchen sie zwar nicht mehr. Aber ich pack sie denn an. Ich verkehr nochmal deswegen irgendwo hinrufe. Okay. So. So. Wie ist der Plan? Der Plan ist wie folgt. Äh... Ich muss quasi hier rüber. Der... Der Plan ist halt am besten wie. Mal, glaube ich, indem ich hier wieder runtergehe. Und ich war noch ein Drehventilgriff. Bin ich der Meinung. Ja. Äh... 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 Zwei sogar. Wunderschön. Na, da kommt man jetzt mal rüber. Ich versuche euch mal ein bisschen zum Lauf hin. Nein, nein, nein. Ja, ist doch gut. Uh, das ist ja noch fett. Ah, jetzt pick doch nicht richtig los, oder? Ah, Scheiße. Schon wieder die falsche Rutsche. Und könnt brechen. Ach, Kinder, ne. Das ist mal ärgerlich. So, unnütz. Äh... So, okay, muss ich hier alle rausgekrochen kommen. Oh. Ja, hätte man alles... Hätte man sich knallen können, oder? Geh nochmal. Aber, naja, nicht. Ein bisschen Missionen bekommen. Wunderschön muss die E-Hand. Das war's klar. Ach ja, wie gesagt, also der Die Kamalisation ist wirklich sehr Irrweghaft konstruiert Und man muss halt Wirklich mal ab und zu, also ich muss auf jeden Fall Ab und zu auf die Karte Auf die Karte gucken Shit So, kleinen Moment Wenn ich jetzt hier runterhüpfe Komm ich denn da hoch? Ich bin so nubi Ah ne, ich hab nicht nur die Viecher Das hat funktioniert! Das hat funktioniert! Aber was hätte ich vorhin falsch gemacht? Ha! Na gut, okay. Okay, dann muss ich aber gleich hier wieder rein. Hier vielleicht aber auch noch kein... Doch, klar, na klar, na klar, na klar! Na klar, haben wir doch gefunden! Kanalisation! Und zwar S, Z, F! S, Z, F! Schön! Wunderbar! Magno-Monique! Immer gerne! An die Kiste, den verstauben wir! Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr! Das ist ganz geil! Elektro-Teil! Rausnehmen! Die Kiste, die Kiste? Ja, das ist auch mal... Wunderbar! Wo, 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 wo. Also, wir warten noch mal. Läufer und Damen sind nicht nebeneinander. Turm und Springer sind an derselben Wald. Also muss der Turm da drüben sein. Turm und Damen liegen sich gegenüber. Gut, da würde ich mal sagen, machen wir mal hier. Die Dame hin. Turm und Damen liegen sich gegenüber. Turm und Damen von der Dame ist da hinten. Das ist jetzt nicht so gut, stimmt. Ne. Komm schon. Schaut mal kurz. Nop. Äh, vielleicht tauschen wir mit Demo-Cards. Hier wird's... Und wo ist jetzt noch? Oh, hier noch. Okay. So. Ja! That's it. Cool. Nice. Okay. Ich bin fast da, Ada. So. Ich bin fast da, Ada. Wir gucken nochmal rein ins Menü. Ist gut. Cool. Lautkraut. Die schneiden wir uns. Minuskraut. Wir nehmen nochmal. Und? Wir müssen erstmal den Strom einschalten. Ist ja klar. Wie kann's auch einmal laufen. Hier ist zu. Mh... 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 Haben wir nicht. Knipse Rätsel. Knipse Rätsel. haben wir Strom haben wir Strom oh mein Gott Scheiße oh toll 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 Wien Quattro Wacken Wien Scheiße der langt jetzt hier immer durch Decke oder was oh Mann nee ich würde mal lieber auf so engen Räumen ja wäre schön wenn was ist ja Plan jetzt hier Freunde ich würde jetzt auf den schießen oder was oh 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 Scheiße mach mich mal erst mal dünn ja das hat sich jetzt verwundert uns jetzt glaube ich aber auch nicht lass er noch oh Gott wo sind wir denn hier Oh shit ganz super ganz super können wir uns verpissen oder was müssen wir uns einfach verpissen jetzt habe ich dich jetzt habe ich dich auf den Und? Hat das? Das muss ich nicht jetzt machen, den Spaß. Das ist ein Ballermann, ey. Ja, schade, das hat nicht so funktioniert. Ja, doch, hat funktioniert. Ist aber auch eklig. Na komm, jetzt fall halt runter. Oh, ich bin ja wirklich dumm zu haben. Ja, auf dem bin ich los. Okay. So, Damodamu-Lock. Komm schon. Ada! Ada, wo bist du? Ich bin hier! Ada! Ich war gerade schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu's einfach, ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Noch übler. Noch übler. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frau Schling. Okay, will er mir helfen? Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrella's Labor. Direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ja, ma'am. Ja, ma'am. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Okay. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett. Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer. Wir sind fast da. So, warte für einen Arsch auf Rist und diesen ganzen Kladatschi, oder? Also wirklich. Hätte mal woanders haben können. Ähm. Sie will jetzt das Seilbahn, oder was? So. Mal gucken, ob er das verlinkt. Lass mich nicht tragen. Nein. Lass mich nicht tragen. Lass mich nicht tragen. Ich würd mich nur schlechter fühlen. Ach, ja. Keine Schwäche. Keine Schwäche. Warte. Wie ist die Schulter? Schlimmer als es aussieht. Also rechts. Schlimmer als es aussieht. Schlimmer als es aussieht. Ostartig. So, Elena. Na los, komm. Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Wir kommen vielleicht nicht zurück, breite dich also vor, Herr. Oh, okay. Point of no return. Quasi. Na, was ist los? Aber wir haben... Okay, wir haben ein Rätsel, glaube ich, nicht gelöst. Aber das wird ja Benni machen. Ne, ansonsten nicht. Können wir jetzt eigentlich nur ins Nest fahren? Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Betraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich. Wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte Recht. Sichere du das G-Virus, dann sorge ich dafür, dass sowas wie ein Raccoon City nie wieder passiert. Ada. Du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall. Ich habe keine Autorität. Leon, schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Bisschen weiter hier. Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Das ist krass, wie naiv er noch ist. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Leon, Leon, Leon. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon. Verlasse mich auf dich. Ich weiß. Ich weiß. Das ID einem Armband. Okay. Wo ist die Stufe noch jetzt versteckt? Ein Wackelfuchs? Ein Wackelracoon oder sowas? Das sieht nicht so aus. Okay. Gehen wir weiter runter. Hm. Nüchte. Krass. Heftig. Heftig. Heftig, heftig, heftig. So, dann gehen wir mal zu diesem äußerst beindruckenden Tor. Ja, kann ich nicht rein. Ich muss Abstand halten, ist noch nicht ganz offen. Ist blöd. Tschüss. Willkommen im Nest. Wir lesen Ihren Aufenthalt. Guck mal, jetzt kling, 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 hallo. So, liebe Leute, wir haben das Nest erreicht. Und dann schauen wir doch mal, was wir so finden. Schlafraumprotokoll. 18,5, 4, 5, Toby Jackson. Zugang 3,44, verlassen 7,31. 18,5, 46, Sarah Takahashi. Zugang 4,51, verlassen 7,8. 18,5, 47, Worldpage. Zugang 2,30. 2,3, meine ich. Verlassen 13,36. Boah, gut, ich würde sagen, das muss man jetzt nicht vorlesen. Irgendwie hat, glaube ich, jetzt nicht so viel. Verlassen nie. Okay, alles klar. Außer Wayne Lee hat es nie verlassen. Hat jetzt, glaube ich, nicht so viel gewicht. So, was haben wir hier? Haben wir noch eine True World. Wie schaut es denn da aus? Da könnten wir uns ja mal ganz kurz ein bisschen entschlanken. Ja, jetzt ist mal die Frage. Magnum würde ich jetzt erstmal wieder verstauen, damit man wieder ein bisschen Platz hat. Shotgun habe ich auch gar keine Munition mehr am Start. Ja, na gut. Wir schauen mal. Wir werden ja bestimmt ein bisschen was finden hier irgendwie. Let's do it. Der Security Room. Ja, und wer sagt es denn, da haben wir ja schon ein paar Shotgun-Shells. Vier Stück. Die nehmen wir natürlich mit. Na, was ist das? Karte des Labors. Der Mautbereich. Sehr geil. Alles klar. Was soll man denn da? Der Cafeteria-Bereich. Und der Schlafraum. Sehr gut. Finden wir ansonsten hier noch etwas spannendes Laptop. Ne? Naja, wir haben ein bisschen Pornhub unterwegs gewesen. So, okay. Alles klar. Und dann? Dachte ich hätte gerade schon... Äh, jetzt haben wir das gehört. Ah. Okay, 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 okay. Gut, alles klar. Oh, na, das sieht ja schon mal sehr alleine, sehr einnahend hier aus. Ich dachte gerade, dass ich zum Mr. Raccoon gehört habe. Oh, na, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Ich schaffe das. Genau, immer positiv denken. Du schaffst das. Also, ob unsere aktuellsten Bio-Forschung auf dem Ding. Überstockbedarf zugeschnitten. Genießen Sie unsere Ausfahrt der gesunden Nahrungsmittel. Oh, nein. Ist so. Keine Hand. Kommt, hier ist ja viel Rot. Ich denke, ständig, dass hier... ... Patronum nehmen. Benzin. Oh, nice. Okay. Tja, wenn man eins haben will aus der Kantine, dann ist das halt so ein Bottich-Benzin. Der geht immer. Okay, jetzt. Wo, 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 wo? Wo, wo? Wer denn? Wer war denn? Okay, alles klar. Ah. Hab ich mich doch nicht verhandelt. Okay, gut. Das ist ein krasses Belüftungssystem hier unter der Erde. Hm. So, dann haben wir mal ein paar Burger braten hier, Freunde. Hier war noch Schießpulver groß. Die Zombies sind wirklich heftigst gemacht hier in diesem Game. So, was haben wir hier noch ein Messer? Ein Messer ist natürlich sehr cool. Wir haben zwar noch ein komplett intaktes, aber machen wir es ja nie. Jetzt haben wir wohl eigentlich nicht mehr ganz intaktes. Scheiße. Ich bin mir weg bei einem Knife. Fuck. Chips hoch. Hey, cool. Jawohl. Dann sind wir wohl kein Gast mehr, sondern Mitarbeiter. Sehr schön. Was haben wir hier? Regulierer für den Flammenwerfer. Das nehmen wir doch gerne an. Und nun? Was macht er? Sparen wir da durch Moon? Das wäre gut. Was ist das hier? Muff. Hm. Okay. 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 Man, 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 man. Kein so nettet Völkchen hier. Die Untoten. So, okay. Ähm, ich... Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Ah, wir sind also... Okay. Verstaunen. Ich packe mir kurz ein bisschen was ein. 40 Schuss haben wir noch. Eher nicht. Okay. Verstaunen. Was wollte ich gerade sagen? Ähm, ja. Einfach mal ein bisschen was einpacken, damit ich nur ein bisschen Platz habe. Oh, shit. Aufnahme der Spezialeinheit. Alpha and Ghost. Zielperson bewegt sich zum Westbereich. Versucht mal den G-Virus, äh, G-Virus, äh, das Antivirus so. Sagen wir jetzt G-Virus? G-Virus. Okay. Hier kommst du. Verstanden. Rendezvous mit Punkt V3. Roger. Hier Alpha. Zielgebiet erreicht. Verstanden. Warte auf Zielpersonen. Hier Alpha. Sichtkontakt mit Zielpersonen. Er wird ihn safe öffnen. Roger. Erwarten Signale. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns mit. Das G-Virus ist im Westbereich. Alles klar. Das ist komisch. Hier sagen sie G-Virus. Also deutsches G. Ach, Quatsch. Äh, äh, englisches G. Und deutsches Virus. Komisch. Machen wir nichts. Dann sagen wir, das G-Virus. Das G-Virus. Das ist ein Scheiß. Ja, es ist schon etwas spät. Kling, kling. Ah, es sieht schon heftig aus. Das tut mir jetzt komplett komplex an, ey. Wahnsinn. Okay. Keine Brücken. Und hier braucht W3er-Karte. Alles klar. Hier vorne schaue ich noch mal ganz kurz. Oh, ich habe noch eine Vierer-Karte sogar. Gut. Gehen wir mal in die East Area. Das sieht schon irre gut aus. Was ist denn hier passiert? Ah, wir müssen mal wieder uns, äh, des Liebstahls einer Zimmerpflanze schuldig machen. Ah, was ist denn noch hier? Oh, schön. Tatsächlich würde mich mal interessieren, was man bekommt, wenn man große Schießpulver mit großen Schießpulver mischen würde. Deswegen gucke ich jetzt mal. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwann natürlich nicht mehr die Wahl habe oder die andere Möglichkeit als kleines mit großen zu mischen, würde ich mal wirklich warten, bis ich zwei große habe. Okay, wir haben auch noch keine Karte von dem Ostbereich. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ah, und er hat das Dreierarmband. Na, das ist ja so wunderbar. Oh Gott. Was ist hier passiert? Scheiße. Hm. Okay, finden wir hier noch was. Was haben wir hier? Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Haben wir nicht. Because of, wir sind nur... Becken wir mal den Flammenwerfer. Ich glaube, der kommt hier ins Hüt. Oh, hier ist die ganze Luft voller Sporen hier, ey. Oh, ist ja nütz. Ist er tot? Nee, ist nicht tot. Okay, okay. Okay. Ein Blumenmann. Wartet jetzt? Oh, das ist ja nütz. Oh, das ist ja nütz. Oh, das ist ja nütz. Okay. Okay. Okay, nochmal fertige Schießpulver. Schön, schön, schön. Ach, heiler. Da, wo ist denn? Also, der G-Virus ist wirklich... Das ist wirklich echt krass aggressiv. Das ist halt nicht nur Menschen oder Hunde oder sonst irgendwas gefällt, sondern halt so Pflanzen ist schon... Und die halt so krass mutieren lässt, das ist schon heftig. Ah, was haben wir hier? Wir sind im Greenhouse Control Room oder was? Ja. Okay, okay, okay. Input Code? Wir haben keinen Code. Ich habe aber keinen Code. Eine Blendengranate, die nehmen wir natürlich mit. Irgendwas zum Einfluss. Der hat zerstört. Ah. Oh, okay. Die Verteilerkartosche. And she's empty. Okay, cool. Nice. Robert. Je, dann nehmen wir mal rin hier. Hängen sie. Was ist denn da eigentlich? Hätte ich den anderen vorhin überhaupt... ...attackieren müssen? Wunderschön. Achso. Oh. 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 Also man kann sagen, der Flammwaffer ist, wie wir natürlich schon dachten, sehr effektiv. Wie ein Klanzen, aber natürlich halt auch nicht unendlich nachfehlbar, ne? Irgendwie, was haben wir jetzt? 276 Einheiten, das ist nicht viel. So, was haben wir denn hier? Ah, okay, hier haben wir so einen Code. Okay, jetzt mal merken. Können wir den öffnen? Gehen wir hier lang. So, und schon. Oh, gleich hier noch mitgenommen. Gehen wir mal kurz. Ü- Lü- Lü- Verobtete. Ok, unter Ohn, unter Drugtesting unter Drugtesting Lab haben wir noch was. Was hat sich jetzt, ist das eine Kiste? Was ist jetzt hier aufgegangen? Ja, Treppe noch, nein, nein, jeder noch, nein, ich finde es eigentlich so geil wenn die so vorschnell sind. Hallo. Karten ist aber aus Ostbereich, sehr geil. Ok. Ja. Ok. Sehr schön, sehr, sehr schön. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir gehen mal wieder. Ok. Okay, kein Strom. Unheimlich, unheimlich, unheimlich. Unheimlich, unheimlich. Unheimlich, unheimlich, unheimlich. Fuck, Alter, es sind zwei? Nein Was zum? Oh, hier Penner ey, das tut mir aber schön hier eben hier, ey, zwei Stück auf so ein Ding da oben ist aber auch echt fies ey, das ist fieser. Oh shit. 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 So, was ist das hier überhaupt? Trophäe, eine Trophäe, eine Form einer DNA Helix. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Komm mal hin. Oh shit. Oh shit. Okay. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja, theoretisch würde ich ja hier wirklich sehr vorsichtig sein mit Pflanzen, die irgendwo mitnehmen und konsumiere. So, okay, dann lassen wir uns doch mal überraschen. Untersuchen. Ist das jetzt richtig rum oder andersrum? Okay, okay, cool, gehen wir da nochmal hin. Hallo! Willkommen, um eure Drogen zu testen. Schießpulver groß. Cool. Na, der wird mich doch jetzt angreifen, oder? Nee. Okay. Was haben wir denn hier? Okay. Ja, können wir benutzen. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Ah. Okay, also wir müssen bis da hin, wo der rote Strich ist. So, klassisches Ding, irgendwie, ne? Wenn ich das so reinmache... Wenn ich das so reinmache... Joop. Ich tree mir nochmal. Weiß. Wie? Genau, so jetzt drehen wir die. Und dann dürfte es ja hinhaben. Und dann dürfte es ja hinhaben. Okay. 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 Unkrautvernichtersynthese. Unkrautvernichtersynthese für Gewächs 43. A1 der Kartusche und Lösungsausgeber platzieren. Zweitens erforderliche Menge. Ja. Hat ja super funktioniert, Freunde. Ja. Kühlen. Irgendwo. Tieftemperaturtestlabor. Boah. So. Späteranlage. Ja. Voll. Das war noch gar nichts gegen. Gut. Dann würde ich hier jetzt erstmal wieder runterklettern. While he was on. istineen zu werden. cut do do do. Steht mal eine Hoffnung nicht hier sofort wieder gleich um Zombie in die Arme zu laufen. Das sind mir die liebsten Treffer. Okay, stay down, Motherfucker. Was ist die Lika, wie sie da hinten rumliegen? Kuschelnd. So, kann ich das denn jetzt hier benutzen? Nö, auch nicht. So kann ich das ja nicht benutzen. Ah, okay. Okay. Ich muss das. Warte. 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 Warte, zwei. Warte. Warte. Hallo. Warte. Warte. Ich glaube, wenn wir das nachladen, könnten wir das so nehmen, genau, da sind zwei Freislots, das ist ganz geil. So machen wir das. Oder wir gehen hier an diese Scheißkiste. Ja, machen wir so, okay, dann nochmal, wir gucken mal nochmal, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal uns ein bisschen mit der Pistole vorarbeiten. Das ist geil, sodass wir jetzt halt nicht unbedingt hoffentlich Schadkermunition brauchen, oder sogar die Magnum. Das wäre nicht cool, Mann. So, wir wollten zur Tiefkühle, kommen wir da schon rein? Wir brauchen jetzt nicht irgendwie die Dreierkarte für, aber selbst da kommen wir ja nicht rein. Das sieht so scheiße aus. Na, kurz ja klar, hier kleinen. Okay. Kurz muss man so bezugbar sich bewegen. Low Temperatur. Gut. Moira Buch. Mach ich jetzt hier alles absuchen? Das ist aber auch fies. Oh… 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 Es wirkt recht unhellschwanger hier… Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben fünf neue Nachrichten. Egal. Hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten draufgeschrieben. Ah, okay, alles klar, das war die Trophäe. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Absender Byron Cartwright. Betreff beschäftigter Typ. Was? Hast du es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön, sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell Budget für übernächstes Jahr zusammen. Hm, bis heute Abend. Absender Rick Mendoza. Betreff noch am Leben? Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright? Absender Rick Mendoza. Betreff bitte Antwort. Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, hier halten wir das Ding auf. Du musst uns helfen. Bitte Antwort. Absender Rick Mendoza. Betreff keiner. Erinnerst du dich an Susi, die Cheerleaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen an sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich muss dir noch die Comics und die Spiele zurückgeben. Musste ich aber gut hören. Das ist jetzt... Okay. Also entweder... Hat da auch wie jemand gesagt so... Okay. Ich erzähle dir jetzt einfach... Hey, du... Ich bin kurz vorm Sterben. Aber ich habe noch deine Comics. So, kriegen wir hier so einen schönen Anzug. Lop. Frisch. Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Ah, so ein Kalauer. Können wir die benutzen hier? Ja! Okay. T-T... Z... Pinnungsrugger. Den hast du mich gefüllt. Gut, Verteilerkarte ist schon für eine Ghetto-Reed. Schock gefrostet. Ich auch nicht, okay, alles klar. Bleibt liegen. Wir könnten jetzt hier ins Gewächshaus... Was ist denn hier im Treppenhaus? Das ist noch rot. Nö, ist er nicht mehr. Oh, die Mucke ist schon gruselig. Oh, warte mal, hier oben ist noch rot. Oh, okay, alles klar, kurz verstehe. Oh, das hat sich richtig schön an. Oh. Hier Penner. Nee, sind wir noch nicht... Haben wir hier oben noch etwas vergessen? Ich spinnt. Ah, komm. Alles klar. Okay, das ist es gewesen. Auch hier wieder nochmal ein ganz großes Lob an die Entwickler irgendwie, dass sie die Karte jetzt so gestaltet haben, irgendwie... Ich weiß jetzt gar nicht, ob es am Schwierigkeitsgrad liegt, aber wenn du halt etwas auf der Karte noch nicht eingesammelt hast, ist die Karte noch rot. Total cool. Und dass man halt die Altermzeit auf der Karte sieht, ist halt auch mega. Echt cool. Ist ein längst überfälliger Gimmick irgendwie gewesen, finde ich. Okay. So, okay. Gut. Das verstaue ich mal noch. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns Karte 3. Okay. 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 So. Das ist mal... Das ist mal Unkraut-Exporene. Chip Nummer 3. Chip Nummer 3. Das hat wohl wirklich funktioniert. So? Nein, nicht der wieder, ey. Ich hab jetzt schon hinter mir Trampeln höre. Ich frage uns, kann ich mit mir jetzt entkommen. Byron Cartwright Post Eingang Absender. William Birkin betrefft wichtig, erhöhte Sicherheit. Wann ist ein Nest für Spione geworden? Achso, wann ist ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat drei, diesen Monat sogar vier. Das sind nur die, die wir erwischt haben. Sollen Sie für Sicherheit Cartwright? Oder wollen Sie hinten wie Ihr Vorgänger? Ich schränke außerdem ab und zu den Zugang vom Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. Absender, No Replay. Automatisch generierte Mail betreffend Warnung. Unautorisierter Zugang festgestellt. Unkrautvernichter wurde unautorisierten Mitarbeitern im Ostfliegefall gesetzt. Oh, okay, alles klar. Unser Armband. Nur 451. Wayne Lee. Wir können immer noch rumtrampeln draußen. Ich bin der Meinung, wir haben hier im Ostflügel... Haben wir jetzt alles, oder? Ja. Okay, dann würde ich jetzt hier mal rausgehen. Und ich würde sehr gerne noch mal kurz in den Nordflügel zurück. Aus dem Grund, wir haben dieses Modelliergerät. Und da war ein Port, da kann ich was benutzen. Das würde ich gerne tun. So, und zwar hier. Muff. Muff. Untersuchen. Äh, ne, 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 ne. Muff. Hm? Also ich klicke ja immer kurz daneben hier, kurz neben der Spur, aber warum kann ich das jetzt hier gerade nicht so anpassen, wie ich möchte? Ah, mal. Benutzen. Dr. Lee? Alter, bleib halt liegen, ey. Wie viele Kugeln frisst du? So, hier haben wir noch einen Mr. Raccoon. Gürteltäschchen. Schön, schön, schön. Gürteltäschchen, es gibt en masse Gürteltäschchen. Weinlees Nutils. Mein Gott, Blut, überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot, alle tot. Das waren diese Männer in Schwarz. USS. Die Spezialeinheit vom Hauptquartier. Aber warum? Das ist ihre Aufgabe, nicht uns zu beschützen. Weiße Hirne in einer roten... Was? Weiße Hirne in einem roten See. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben wir nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ja, ein Genie wie ich kann nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich. Dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held. Ein Genie. Ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde... Ja. Ja. Sorry, Kumpel. Du Genie. Oh Gott. Okay. Super. Na dann, gehen wir doch mal... in das Westareal. Real. Okay, brauchen wir immer noch. Gut. Wie ist der Real? Ja, hoffentlich ist die G-Probe hier. Ja, hoffentlich. Oh shit. Ah, digitale Labor. Videokassette. Okay. Okay. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ach du Scheiße. Er hat aber auch um die Tür aufgemacht. So wie man sie eigentlich nie aufmachen sollte. Okay, gut. Jetzt gehen wir mal schnell her. Na. OSS. OSS. Und benutzen. Das wäre doch nicht. Alles klar. Jetzt können wir verstauen. Kassette. Ah, jawel. Hier können wir noch die Kassette einpacken. Auf geht's. Bioabend. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin. Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glamourci, ich wusste nicht, dass Sie kommen. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen. Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn lebend zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Also waren das G-Proben? Nein, das war es. Mal klauen. Die Frage ist nur, hat er sich das vorher gespritzt? William Birkins Posteingang. Absender. Jane Doyle. Betreff. Forschung. AMG wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschungen an AMG einzustellen. Die im Nestlabor stattfinden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen. Und der Laborleiter William Birkin wird seines Postens enthoben. Absender. BE. Betreff. Keiner. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das Bestfinanzierte des Landes. Absender. Richard Kessler. Betreff. Glückwunsch. Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie das nie in das Labor hier in der Umbrella Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also, schicken Sie doch die Daten rüber, wie haben Sie so nennt. Und keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet. Aber ab jetzt übernehmen wir. Absender. Jane Doyle. Betreff. Abmahnungsbescheid. Sie werden den Vertragsverletzungen gegenüber der Umbrella Corporation verdächtig. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorisierte Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Vorladung des Komitees. Tja, da sieht man gleich, was passiert, wenn man nicht binnen von 24 Stunden auf die E-Mail antwortet. Da wird erstmal gleich ein Sondereinsatzkommando losgeschickt. Okay. Und hier, hinterher krasse Scheiß. Hier ist halt alles ab. Hier haben wir mal wieder ein. Bio-Reaktor-Raum. Wätzchen. Oh, kann man hier nicht mal aufholen, wie es hier alles sieht. Oh je. Räser. Ah, komm, hier ein bisschen. Ein bisschen Höhensonne. Geht immer. Und trocken föhnen. Perfekt. Ich glaube, er reicht, oder? Scheiße. Okay, hier war nochmal eine große Ladung Schießpulver. Okay, alles klar. Also hier, wo es jetzt ordentlich aufgestufft ist, ich glaube, hier ist nochmal eine Kiste. Ich glaube, es geht gleich los. Dann fange ich jetzt mal ganz kurz an mit der Herstellung von Munition. So, alles klar. Ich habe mich jetzt nochmal kurz einen Blick ins Menü. Ich habe mich jetzt mal kurz ein bisschen aufmunitioniert, weil ich glaube, es wird hier gleich losgehen. Forschungsteilbuch. Beobachtung zum embryonalen Wachstum. Proband 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begannen die Beobachtungen. Das medizinische Team half, das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 Wach- und 10 Punkten auf der GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich aber und von weiteren Beobachtungen wurden abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Beobachtungen zur Fortpflanzungsrate. Proband 501. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 montierte zur G-Form und wurde in einer Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass alle außer einem ein Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben. Experimente zur Resistenz gegenüber dem T-Virus. Proband 628, 639. Wir verabreichten das G-Virus Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenzen gegenüber dem T-Virus erhält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. 639 Probanden. Also du hast 639 Leute mindestens mit dem T-Virus angesteckt. Offensicht, ja, da muss ich mir das hier bloß angucken. Und wieder weiß ich doch nicht, ist das ein Arme mit dem Gesicht drin? Nee, ekelhaft. Ekelhaft einfach nur. Ich nehme mal den fitten Baller mal erst mal an. Und was ist das hier? Nein, ich brauche noch Platz. Ja, so dachte ich mir denn schon. Scheiße. Selbstzerstörungsthekrieg startet nach Abschluss der Abregelung. Du bist doch bewusst. Und die 2 sehen schon mal wohl entspannt aus. Du wieder. Weg! Er gehört mir! Es muss enden. Was zur Hölle geht hier vor? Gebt ihm doch den gottverdammten Rist, ey. Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Ja. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. Oh Gott, William. Was hast du getan? Dann ist das Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch nicht schuld. Was tun Sie da? Was tun Sie da? Er darf nicht entkommen. Okay. Okay. Ist klar. Was endet hier? Oh. Oh. Nicht cool, nicht cool, nicht cool, nicht cool. Nein! Oh! Oh, shit. Ja, kommen wir schnell auf die Beine, mein Junge. Und wir pfeifen uns mal den hier rein. Ich muss ihn anladen. Ja, wirklich, echt. So eine Menge, Alter. So eine Menge, Alter. So eine Menge, Alter. Flashbang. Oh, nice. Munition verballert gerade, ey. Wahnsinn. Spray, ein Help-Spray. No, mit. So, wo ist es jetzt? Der Service-Lift. Na, das folgt mir. Tatsächlich habe ich nicht einmal die Flashbangs mal probiert, wie die so abgehen hier in dem Spiel. Oh, naja. Okay, schade. Voll. Das ist Arbeit. Oh, naja, das ist Arbeit. Das gucken wir uns noch schnell an und dann machen wir uns vom Acker von hier. Granate. Die nehmen wir noch mit. Oh, schade, kann ich hier nicht einfach sagen. Kombiniere. Tja, schade. Na, wollen wir nicht noch? Flammenwerferzeug. Ach komm, hier Flashbangs. Was sollt? Was sollt? Alles klar. Alles klar. Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, weiß nicht, was ich glaube. Wenn nur du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Ach, das ist Bullshit. Ich hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt. Ach. Ja, jetzt brauchen wir auch nicht mehr hier mit Huchi-Huchi hier desinfizieren. Ich bin ja vorhin ja. Das ist jetzt auch zu spät dafür. Ach, schau mal. Ich denke jetzt einfach mal alles mit. Okay, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich bin ja schon auf dem Weg. Alles klar. Es wäre so einfach gewesen. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Jetzt uns doch gleich diese Hitze und Krüfte lang gehen, ey. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte. Sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die G-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Oh, Leon. Wieso konnte es mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will. Ich tue es nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen. Also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Dann erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Das ist interessant, wie viel warten die beiden auf den Knoblauchkopf. Sie sind eine Handpustole. Jetzt kriegt niemand die Probe. Festhalten! Ich glaub ich kann... Scheiße! Vergiss es. Sei still, ich hab dich. Das ist es nicht wert. Tut das nicht. Pass gut auf dich auf, Leon. Nein! Hochdramatische Szene. Und wahrscheinlich wohl ein sehr prägendes Leben des jungen... Leon, das kann ich hier. Dann wollen wir mal. Alter, was ein Kern, ey. Ja, also man kann es auch, glaube ich, ein bisschen übertreiben. Äh, ja, klar. Okay, okay. Sehen die Dings aus. Okay, super. Wer ist da? Claire. Claire! Du bist auch hier unten? Da ist Zukunfts-Benny. Aber hier stürzt gleich alles ein. Hey, Zukunfts-Benny! Du musst hier raus. Schnell. Ja, gib den Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire! Bist du noch da? Liam? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich! Verschwinde von hier! Verdammt! So, dramatische Musik. Wer ist da noch? So. Oha. Okay, alles klar. Scheisse! Oh, shit! Action, action, action schön langsam immer schön sachte stufe für stufe oder soll das ein verdammter witz sein man wird kundere jetzt hier noch durch alle maschinen verpüßchen echt jetzt wolf langkühlen, was soll das man, man, man ja steh auf, ich meinte, der wartet da oben, jetzt aber was ich muss weiter so, jetzt gibt es hier, was ist das hier für ein quatsch oh, ich bin voll jetzt ist so, darf ich nicht mal sehen ach, gehen, na nie verstaunen, verstaunen was ist das hier für, oder was schon rast der mega Lastenaufzug los so, jetzt kommt jetzt jetzt sieht er, jetzt sieht deutlich aus wie Drax, der zerstört aus die Guardians of the Kalexen okay, komm Sir also im Original war es so, dass man ihn hier nicht töten konnte wie ist mir denn wie ist mir denn mal irgendjemand hier irgendwo plötzlich so ein, so ein geil Granatwerfer zugeworfen hat so ein blöder Arsch oh, lass mich weg oh, oh, nicht gut oh, scheiße und du kannst dem auch nicht ausweichen, Harald oh, shit oh, man, Alter warum trifft mich denn die dem Scheiß hier jetzt wird es wirklich eng haha jetzt ist es wo kommt das Ding denn hin ja benutzen wir erst mal nicht ausrüsten, morgen nicht ausrüsten wie würde der noch ausrüsten so das war es dann auch mit Dolph Lankgren ja, und wie ihr gesehen habt war es dann Ada die uns so, ist jetzt die Ruhe ihr Pappnasen dann spring auf Junge ich zieh raus so, willkommen bei Trail to do Summon ja, und wie ist das denn, wenn ich das jetzt irgendwie in die Kiste gepackt bin ich da trotzdem bei unglaublich, aber ich vermisse sie softie ja, also ja merkt das schon er ist schon schwer in Love gewesen aber er eh da und naja die Überschneidungspunkte kommen doch mal ein zweimal in diesem Franchise Leon? hey geschafft hab ich dir doch gesagt ja ein etwas unspektakulierendes Ende irgendwie der Showdown war mega fand ich irgendwie sehr, sehr viele Bossfights ich bin gespannt wie Benni gehen wird welche Bossfights er haben wird scheinbar wird er Mr. X nicht haben wenn wir ihn zerstören kann vielleicht sein dass er noch mal irgendwie mit William in Kontakt kommt oder so weil der sah mir jetzt nicht komplett zerlegt aus aber hey wir haben es geschafft wir haben Resident Evil 2 das Remake durch ähm ich fand's cool es war es war es war cool es hat Spaß gemacht irgendwie die Zombies waren richtig eklig gemacht diesmal ähm die Musik ich hatte sie ja auf ähm dem Original eingestellt war natürlich absolut grandios und ja war ein schöner schöner neu tapezierter Trip in die Vergangenheit die gewesen sind gerade und ähm ja wenn euch das Let's Play gefallen hat irgendwie lasst ein Abo da irgendwie haut in die Comments ob es euch gefallen hat und wie auch ihr mehr sehen wollt auf dem Kanal ja und ansonsten kann ich jetzt nur sagen viel Spaß noch mit dem restlichen Abspann und äh freut euch auf das Let's Play mit Claire von Benni und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt macht's gut ciao und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020